Guten Abend und herzlich Willkommen zu einem weiteren Pokémon Tag mit Pokémon Legenden Arcoys. Und ja, ich habe einiges vorbereitet, während ich nicht gestreamt habe. Nämlich habe ich meine Pokémon vorbereitet. Diese Pokémon, also bis auf Kinose, den brauche ich für eine Quest, müssen wir sagen, eigentlich bräuchte ich mehr als dieses eine Kinose, haben die alle Hisuiformen, also hier Lucifer, das Baldorfisch hat schon eine, achso, und Slypnea hat natürlich auch keine Hisuiformen, sondern es ist unser Shiny Ponita, unser geschenktes Shiny quasi. Aber ich will es trotzdem mitnehmen, weil ich hatte noch nie einen Shiny Ponita. Vielleicht fliegt es irgendwann raus, wenn wir ein cooleres Pokémon finden. Vielleicht fliegt auch einer von denen hier raus. Aber Viscora kriegt erstmal einen Spitznamen. Namen ändern. Und Viscora nennen wir Quicksilver. Nicht weil es besonders schnell ist, sondern den Grund werdet ihr gleich sehen. Weil ich habe tatsache die Weiterentwicklung, also diese Zwischenstufe, habe ich tatsache in freier Wildbahn gesehen, als ich mein Pokédex ein bisschen vervollständigt habe und ein paar Sidequests gemacht habe. Und weil es ein Mädchen ist, Silver, nicht Silver, sondern Quicksilver. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch erstmal an mit Slypnea. Entwickeln wir mal Slypnea. Und keine Sorge, wir haben gleich noch eine Sidequests, die ich endlich geknackt habe. Nämlich, ähm, mal den Ton ein bisschen runter. Es hat lila Haare und hat die Galopper noch nie Augenbrauen. Das sieht komisch aus im Gesicht. Ich hätte gedacht, es hat auch blaue Haare. Bericht. Oder hast du... Das sind ganz normales Galopper. Und wie sieht das Gesicht komisch aus? Ich weiß auch nicht. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir auch gleich noch eine Sidequest auf dem, wegen dem, ähm, ähm, Driftlon, ähm, am Aufbruchstrand. Ich habe ja mal in der Nacht nachgeguckt. Scheinmal muss es abends sein, damit das funktioniert. Das hatte ich nämlich mal nachgeguckt, nachdem ich dreimal nachgeguckt habe und es war nichts. So, Lucifer entwickeln wir. So, mal gucken. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, was wir da bekommen. Gott. Der fasst aus wie ein Kompass. Also wie dieses Ding in der Mitte vom Kompass. Ähm, ähm, nein, Lucifer hat sich zu einem Myriador entwickelt. Myriador. Ähm, übrigens heißt es Lucifer, weil es halt aussieht wie ein Morgenstern. Und, ja, Lucifer ja der Name vom Morgenstern ist. Also nicht vom... von der Waffe, sondern von dem richtigen Stern. Ähm, sag mal, hast du irgendwas Neues gelernt irgendwie? Nein. Übrigens, für alle, die es interessiert, äh, man muss... den Giftstachelregen 20 mal als, ähm, starke Attacke benutzen, um das zu entwickeln. So, kommen wir jetzt zu Gandalf. Gandalf, ähm, hab ich so genannt, weil er jetzt erst braun und langweilig ist und dann gleich weiß zurückkehrt. Ja, Gandalf soll sich entwickeln. Ich hab übrigens seit Polita kein neues Shiny gesehen. Woher ich gelesen hab, wenn man den Pokédex, also die, die entsprechende Pokédex-Seite von den Pokémon vervollständigt hat, dann ist, glaub ich, die Standardbase 1000 noch was zu eins. Und wenn's ne Massenbegegnung ist, ist es sogar irgendwie unter 200. Also, für Shiny Hunter ist dieses Spiel, glaub ich, richtig gut. Gut, ich nehm mal an, ihr würdet mir sagen, wenn's ne Neues, ne Neue Attacke hat. Also, mit ihr mein ich jetzt, ihr Pokémon würdet mir sagen, wenn ihr ne Neue Attacke habt. Äh, und jetzt noch Quicksilver. Ich mag diese Neuentwicklungsanimation. Die hat sehr viel Stil. Und, tadaaa! Es hat ein Steckenhaus. Und es, wenn ich raten muss, würde ich sagen, es hat Metall als Typ. Genau. Stahldrache. Er ist genauso wie Dialga, jetzt. Ähm. Und ich vermute mal, entweder wird's ein kleineres Steckenhaus haben, wenn's irgendwann mal groß ist. Oder es wird aus flüssigem Metall sein. Und deswegen hab ich's Quicksilver genannt. Wegen dem flüssigen Metall. Und ich hatte es irgendwie, mir ist es nämlich als Alpha-Pokémon begegnet, hatte ich dann die Vermutung, beziehungsweise hatte ich irgendwie so im Kopf, dass der Körper auch aus Metall ist. Aber nein, es guckt ja einfach nur aus dieser Metallschale raus. Ähm, ja. Gehen wir jetzt mal zur Side-Quest. Ich hab übrigens, ähm, wie ihr da unten schon gesehen habt, äh, einen weiteren Levelaufstieg gekriegt. Ich bin jetzt Level 6 und hab damit Zugriff auf Hyperbälle bekommen. Also das hat sich schon mal gelohnt. Und wir müssen auch gleich zum Professor da eine Side-Quest abholen. Die ich extra zurückgesetzt habe, als ich gemerkt hab, uh, da gibt's ne Cutscene zu. Ähm. Dementsprechend, die wollte ich nämlich euch nicht vorenthalten. Weil wenn's ne Cutscene dazu gibt, dann fühl ich mich schlecht, wenn ich die außerhalb des Streams mache. So. Und hier gucken wir jetzt nach nem Gipspenst. Vor allem, warum kommt das abends? Das, das versteh ich nicht. Ich hab halt immer nachts geguckt, weil ich mir gedacht hab, so ist es ja in Diamant und Perl auch. Nachts, ich glaub ich hatte in einem Stream auch gesagt, ach, bestimmt kommst du da nur freitags raus. Und dann fiel mir halt irgendwie ein, das macht gar keinen Sinn. Es trackt ja gar nicht die Wochentage, weil es trackt ja, es hat ja seine eigene Uhr. Es hat ja keine Echtzeit. Uh. Hallo? Du da vom Forschungstrupp? Ich, ich würde gern nach Hause gehen. Aber Triflon lässt mich nicht los. Jaaa. Es trifft Lonn und führt nämlich kleine Kinder. B-b-b-b-hilf mir! Nimm meine Hand und zieh ganz doll dran, ja? Oh nein, das Kind wird uns entfleuchen. Kein Problem. Juhu! Jetzt kann ich endlich nach Hause. Aber Triflon ist kein böses Pokémon, weißt du? Ganz bestimmt nicht. Es macht so viel Spaß mit ihm zu spielen. Darum habe ich den Erwachsenen nichts von ihm erzählt. Ich heiße übrigens Takeo. Heißt du dann? Tschüssi! Okay, mir fällt übrigens auf, wir haben noch nie den Pokédex hier gelesen. Das werde ich mal gleich nachholen. Ähm, wir lesen nämlich den Eintritt, äh, den, ähm, Eintritt, genau. Den Eintrag von, von unserem Starter-Pokémon. Also der letzten Entwicklungsstufe, würde ich sagen. Ähm, weil so wie wir hier den Pokédex füllen, so habe ich es mir auch vorgestellt, passiert es in der Hauptreihe. Dass es halt ein Schulprojekt ist, wo die, die 10- bis 16-Jährigen dann halt vom örtlichen Professor auf eine Reise geschickt werden, um ihre Umgebung kennenzulernen und um die Natur kennenzulernen und ihre Aufzeichnungen zu machen. Und deswegen sind halt auch diese, die Pokédex-Enträge teilweise ja so an den Hahnemann herbeigerufen, dass, ähm, dass man sich denkt, was? Wie soll das bitte funktionieren? Oh, das fällt mir gerade auf, wie soll ich den Pokédex eigentlich vollkriegen? Das muss ich mir nochmal raus, das muss ich nochmal rauskriegen. Entweder kriege ich die irgendwann, weil Arcois hatte doch gesagt, triff mich, wenn du alle Pokémon gefunden hast. Aber dafür müsste ich ja die anderen zwei Starter auch kriegen. So, Tornupto. Ach, verdammt! Mir fehlt noch ein Pokédex-Antrag. Ähm, Hitzekoller. Ich glaube, Hitzekoller habe ich dir verboten. Phantomparade kann es noch nicht. Ähm, Tempotechnik. Tempotechnik kriegen wir hin. Gut, wir lesen heute auf jeden Fall noch den Pokédex-Antrag. Versprochen. Das ist der Plan. Wir legen heute noch den Pokédex-Antrag von Tornupto. Aber mir fällt wirklich gerade auf, ich kann den Pokédex nicht vervollständigen, außer irgendjemand hat noch diese anderen Starter. in den verschiedenen Entwicklungsstufen. Wonach es bis jetzt nicht aussieht. Aber keine Ahnung, was das Late Game noch für mich offen hat. Gehe ich recht in der Annahme, dass du mehr über die Sache mit Trifton herausgefunden hast? Ich bin ganz ohr. So ist das also. Takeo hat es für uns geheim gehalten. Aber das klingt mir nach einer sehr knappen Rettung. Wer weiß, wohin das Trifton Takeo sonst gebracht hätte. So etwas darf der Sicherheitstrip auf keinen Fall ignorieren. Ich werde Kommandantin Belilau empfehlen, mehr Wachen zum Strand des Aufbruchs zu schicken. Zum Glück konnte Schlimmeres verhindert werden. Das haben wir nur dir zu verdanken. Kannst du mal sehen. Ähm, ich werde übrigens das Kinoso rausschmeißen. Ähm, das stört mich nur. Oh, wir können noch ein weiteres Alura Pokémon 2 sogar kriegen. Ähm, was mich übrigens irritiert ist, ich habe das Upgrade als Item gefunden. Erstens, wie kommt das hier in die Hisu-Region? Und zweitens, heißt das Porygon existiert? Aber wie kann hier Porygon existieren? Wenn Porygon ja laut dem eigenen Protex-Eintrag und offensichtlichen optischen Eigenschaften ja erst in den 1990er entwickelt wurde. Beziehungsweise... Für uns war es die 1990er, aber halt in einem Computer-Zeitalter entwickelt wurde. So, ich will jetzt mal bei ihr kurz checken. Ah, der Junge aus dem Forschungstrupp. Wie kann ich dir helfen? Ich will mal kurz gucken. Ähm, kann ich dir irgendwas cooles beibringen? Ausnehmen. Äh... Magief, stimmt, ich habe die Magieflampe. Stromstoß! Uh! Uh! Verlockend, aber nein! Nein! Ähm... Nee... Wir werden uns aber... Obwohl, nee, das ist... Ähm, die anderen Hisui-Pokémon, die werde ich mir vielleicht aufheben, bis ich... Mal ein bisschen... Mal ein bisschen... Warum bist du hier? Egal. Ähm, die werde ich mir immer noch aufheben, weil es sind Stein-Entwicklungen. Das sind also Item-Entwicklungen. Nämlich das sind die zwei Könige Die wir bis jetzt getroffen haben Nämlich einmal Sichlor könnte ich entwickeln Da habe ich das Item gefunden Zumindest glaube ich, dass es das entsprechende Item ist Und ich habe Lilminip Ich glaube Lilminip heißt es Was ich weiterentwickeln könnte mit dem Sonnstein Aber da will ich erst gucken, ob ich bessere Exemplare kriege Aber keine Sorge, Hisui-Pokémon Zumindest da, wo ich weiß, dass es Hisui-Formen gibt Werde ich Nur weiterentwickeln Im Stream Versprochen Es sind eben verfügbar Kämpfen mit Pachirizo Die Legenden des Meeres Kämpfen mit Pachirizo ist ganz neu Ich habe nämlich zwei Level Aufstiege gekriegt Hiroki vom Sicherheitstrupp Hat uns den Auftrag gegeben herauszufinden Wie man mit Pachirizo möglichst effektiv kämpfen kann Hör dir an, was er zu sagen hat Und mach dich dann an die Forschung Das mache ich mal Off-Stream Das hier ist das Wichtige Die Legende des Ich habe etwas über die Das sagt er glaube ich, ne? Ich habe etwas über die Sichtung eines geheimnisvollen Pokémon zu berichten Ah, wie ich sehe hast du meinen Auftrag angenommen bei euch Dann lass mir erklären, warum es geht Am Strand des Aufbruchs habe ich etwas im Wasser schwimmen sehen Von dem ich vermute, dass es ein Pokémon war Leider ist es so schnell wieder abgetaucht Dass ich kein Foto von ihm erschießen konnte So wie es sich von den Meeresströmungen hat treiben lassen Müsste es auf dem Weg zum Kobaltküstenland gewesen sein Wenn ich darauf komme, die Meeresströmung verbindet die Gewässer rund um Jubeldorf mit denen des Kobaltküstenlands Ich vermute, dass du durch ein Gespräch mit Susukui, dem Wechter des Diamantclans, mehr über diese Sichtung herausfinden könntest Ich habe schon von Professor Levin gehört, warum es geht Dieses Pokémon, das in Richtung des Kobaltküstenlands geschwommen ist Tja, ich befürchte, dass dazu kann ich dir aufgrund von mangelnder Details nicht viel erzählen Aber vielleicht hilft es dir ja schon zu wissen Dass das Kobaltküstenland vor langer, langer Zeit einmal das östliche Meer genannt wurde Dort soll es ein Pokémon existiert haben, das als Prinz bekannt war Die Geschichte dieses Pokémon soll in einem Buch namens Die Legende des Meeres stehen Doch weder über die Legende noch über das Buch scheint mehr bekannt zu sein Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein konnte Ich, ich gehe dann mal wieder Löse das Rätsel um die Legende des Meeres und fange das Pokémon, das Professor Levin gesehen hat Ähm Ich habe keine Ahnung, ob das geht Deswegen, ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptquest Ähm 66, oh, da ist sowieso noch Luft Aber theoretisch müsste es jetzt schon möglich sein Kometstück, uh Von Die Legende des Meeres Theoretisch müsste das auch schon wieder hier Ähm Manafi sein Das wurde ja bezeichnet als der Prinz des Meeres Aber wir kümmern uns erstmal hier drum Dafür sind wir da und wenn dann noch Zeit ist Weil ich befürchte, das könnte länger dauern Mache ich noch ein paar Sidequests am Ende Weil ich habe eigentlich noch vor, hier eine kleine Geisterherr zu machen Hier, ähm Trottflügel können wir hier machen Und Äh Weil ich muss Im Küstenland sowieso das was machen Hier mit dem Honig muss ich ja was machen Octillery muss ich noch was machen Aber Octillery ist mehr was für die Sidequests Das nehme ich mal an, ist Remorheit Habe ich noch nicht gefangen Ähm Das wäre halt noch am Küsten Ähm Küstenstrand Aber ansonsten Ähm Moment Wo war denn das Wollte ich nämlich das hier machen Mit dem Geisterlicht Ne Quatsch nicht Hier das mit dem roten Irrlicht Wollte ich nämlich auch noch machen Aber Nicht jetzt Ähm Wir machen wie gesagt Jetzt erstmal die Hauptstory Auf geht's Letzze Du Düs 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 Wie gesagt Wir schmeißen jetzt mal Wen raus Wir Hier die Barschuft Kann ich übrigens auch entwickeln Bald Ähm Wieso Weiß ich nicht Bald Ich weiß gar nicht was ich da machen muss Deswegen Nehmen wir Barschuft mit denke ich Wenn wir gerade mal dabei sind Quicksilver müssen wir beibehalten Gander würde ich auch gerne mal behalten Lucifer Will ich Sabenier Doch rausschmeißen Hä Ähm Ach übrigens ich hab hier schon Das ist mein Inkognito Decks Die sind wirklich überall verteilt Die hab ich alle per Zufall gefunden Beim Beim rumgrinden Ähm So Hier übrigens Togepi hab ich gefangen Ich bin auf ein paar seltene Pokémon gestoßen Ähm Togepi hab ich sogar schlafend gefangen By the way Ja ich glaube ich nehme Sleipnir mal raus Aber Sleipnir kommt in Die Special Box Zack Wir versuchen uns mein eigenes Shiny Also ein nicht geschenktes Shiny zu fahren So Und jetzt haben wir Barschuft Und Ich will auch gleich mal gucken Im Decks Weil manchmal gibt der nämlich Hinweis Wie man Pokémon entwickeln kann Dafür müssen wir Barschuft finden Hier übrigens noch kein Evoli gefunden Und ich brauch ja Ähm Wahrscheinlich 8 Oder 1 2 3 4 5 6 7 8 Genau 8 im Niederfall 9 Wobei normales Evoli hab ich Ähm Also auf der Bank Ich könnte auch Pikachu weiterentwickeln Aber ich glaube nicht Dass Raichu noch eine weitere Form kriegt Ich müsste einen Donnerstein haben Ähm So Wo ist es denn Wo ist es denn Für Für Ursa Luna Bauer ich übrigens ein Item Wo ich noch nicht weiß Wo ich es herkriege Müsste ich auch mal googeln Wenn ich raten müsste Würde ich sagen Ursa Luna kann es ausgraben Aber auch damit Beschäftige ich mich mal anders Sobald kann ich das wahrscheinlich Bei der Lotus Gilde kaufen Ach ja Stimmt Alle drei Starter kann man In ihrer kleinen Und in ihrer großen Form Fangen Die großen Formen Scheinen Meiner Beobachtung nach Nur als Alpha Pokémon zu sein Und da wo die sind Sind normalerweise auch Die kleinen Wobei Cellast war da die Ausnahme Cellast war ein bisschen weiter weg Von seiner großen Form Warum sind die so getrennt Wo ist der Affe Die sind räumlich Voneinander getrennt Interessant Weil ich hab den Affen auch Wen hab ich nochmal gesucht Scheiße Achtig Genau Risikoteckel Ach stimmt Das hab ich nicht nachgeguckt Er muss 250 300 Schaden Rückstoßschaden Überleben Also 300 Rückstoßschaden Muss er kriegen Ohne zu sterben Ähm Dementsprechend Gucken wir mal Attacken verwalten Dann muss natürlich Oh shit Du kannst nicht mal Risikoteckel aktuell Das kannst du gerade Risikoteckel Was ist Wellentackel Wobei es selbst Schaden nimmt Okay Das ist auch okay Weil da stand nicht was Also auf ProQuicki Stand nur Schaden Und nicht von Risikoteckel Sendkopfstoß Ne okay War ja selbst Schaden Ja das sollte reichen Warum kannst du kein Risikoteckel Interessant Gehen wir los Gehen wir los Gehen wir auf zum Kraterberg Ach ja stimmt Und Das scheint ein Ding zu sein Wenn man über Wenn man die komplette Karte Aufgedeckt hat Zumindest ist es bei mir Ist aufgetaucht Nachdem ich Die entsprechenden Gebiete Komplett aufgedeckt habe Also Ich habe Diese drei Gebiete Komplett abgegrast Da sind keine Grauen Felder mehr drauf Sag ich jetzt mal Und seitdem tauchen da Beziehungsweise Nachdem ich das Hierfür das erstmal gemacht habe Tauchte hier auch das erstmal In die Merde gekommen Sind massenweise Pokémon Aufgetaucht Anyway Wir wollen hier hin Zur Hochlandbasis Zu Sneebos Was Eine Neuentwicklung von Sneeble Ist nehme ich an Kraterberghochland Willkommen Willkommen Im Kraterberghochland Bauch Berge sind voller Felsen Und Steine Deswegen solltest du dich Wohl auf eine Vielzahl Von Gesteins Und Boden Pokémon Gefasst machen Und das dort hinten Unter dem Riss Im Raum Zeitgefüge Ist der Kraterberg Ich vermute Die magnetische Kraft Die diesen Berg umgibt Wirkt sich in irgendeiner Weise Auf die dort lebenden Pokémon aus Fascinating Alright Äh Moment Ich will vielleicht erstmal Noch einmal scheißlos werden Wie ihr seht Ich hab Diese Sachen habe ich nicht gefarmt Die habe ich gekauft Ähm Ich hatte zwischendurch Richtig viel Asche Ähm Alle verschieben Alle verschieben Die Köder Will ich die aufheben Ähm Klar Warum nicht Weil wir erstmal Das Holz behalten Ähm Ne Ich glaube nicht Ich hab übrigens auf Twitter war das glaube ich Ein Bild gesehen Wonach man die Taschen Scheinbar bis zu Also mindestens Bis zu einer Summe Von einer Million Poké Der Ähm Investieren Äh Upgraden kann Ich weiß nicht Ob das ein Fake ist Ich hoffe es ein bisschen Weil aktuell bin ich bei 8000 Weil ich glaube ich Für die nächste Stufe Oder 10.000 Irgendwie so Und ich finde es ein bisschen Gruselig ehrlich gesagt So Legen wir los Legen wir los Wir legen mit 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 Deodos Weil du musst Leveln Der andere muss Schaden kriegen Geh Ähm Pokémon Warschuft Und was ich inzwischen auch kann Ist ich kann Ich weiß gar nicht warum ich das kann Aber inzwischen Kann ich Ähm Alpha Pokémon Fang Ohne sie zu bekämpfen Zumindest kann ich es versuchen So wie viel Schaden Kriegst du jetzt Ordentlich Leistungskis Gut Den heben wir uns erstmal auf Bis Luxra Glaubst du dass ich Luxra Den Dext Eintrag schon Voll habe Wir gehen erstmal weiter Gucken erstmal nach Neuen Sachen Hoffnung ist Elektropokémon Hat er nicht gesagt Die soll mich bereit machen Für lauter Gesteinspuffmann Ist das was Ne Ist das nichts Hier gibt es Libeldra Golbert Und da oben war ein Licht War ein Irrlicht Ich habe übrigens auch schon das Gegenstück gefunden Für dieses Irrlicht Also da wo Kripuk Wo man wahrscheinlich Den Kripuk Beschwert Beschwört Beschwört Hab ich das so komisch gesagt Dann will ich noch hin Euch mal kurz Für keinen Streit Warum sind hier so viele Elektropokémon Reisehren Reisehren Auch langweilig Zubat Ich hoffe ich lerne irgendwann Kaskade noch Perfekt Perfekt Ich muss unbedingt In meiner Erinnerung Erinnerung So in Rage zu geraten Die Kontrolle zu verlieren Pokémon Pokémon haben es auch nicht Ganz genau Ach shit Ihr hast nicht gelesen Achso er Ganz genau Hin Hin Wächter vom Perlclan Und ein niemand von der Galaktik Expedition Ihr wollt Also den großen König der Höhle herausfordern Das ist doch absurd Aber ich bin jetzt ein guthertiger Mensch Daher will ich mal nicht so sein Ich werde prüfen ob ihr eine Audienz mit Elektroball würdig seid Doch macht euch keine zu große Hoffnungen Ich werde euch gewaltige Hindernisse in den Weg legen Lasst uns in Ruhe Gut Ich werde euch mal sagen was ich denke Das Wüten der Könige und Königin geschieht durch den Segen des ehrwürdigen Sinnum Schließlich werden sie dadurch stärker Das ist doch etwas Gutes oder etwa nicht Wir müssen den König in Rage toben lassen Um den ehrwürgen in Sinnum zu zeigen Dass der Diamantclan den rechten Pfad beschreitet Ich glaube Das ist der Grund warum ich geboren wurde Meine Bestimmung Was geht es überhaupt Die Galaktikexpedition an Dass Elektroball In den Bergen ein paar Funken sprühen lässt Ihr solltet besser brav nach Jubeldorf zurückkehren Wenn ihr mich fragt Auf hoffentlich nimmer Wiedersehen Der ist ja gut drauf Was für ein egoistischer Standpunkt Ein Pokémon Das in Rage geraten ist Leidet selbst auch darunter Die Entscheidung liegt bei dir Borch Wie willst du weiter vorgehen Ich gehe weiter Unterwegs wirst du gewiss gefährlich Er wird es gewiss gefährlich Doch ich bleibe meinem Motto treu Sichere Fahrt voraus Borch Oh mein Gott jetzt raff ich's Okay Gleich mehr dazu Borch Um zu Sneeboss zu gelangen Musst du die bizarre Höhle durchqueren In dieser Höhle leben Pokémon wie Golbat Den die Finstern des Nichts ausmacht Pass in der Dunkelheit gut auf Wo du hintrittst Mir ist gerade aufgefallen Er ist kein Vorfahre Er ist wahrscheinlich ein Zeitreisender Wie wir Wie komme ich da rauf Mir ist nämlich eingefallen Dass hin ein sehr sehr seltsamer Name Für eine Person Selbst im Pokémon Universum Und ich erinnere mich Dass es in was schwarz und weiß Wo man mit der Kampf-U-Bahn fahren konnte Und da hießen die Lokführer Meiner Erinnerung nach Zumindest hin und her Und uns wurde gesagt Er ist auch plötzlich Aus dem Nichts aufgetaucht Und hat sein Gedächtnis verloren Dementsprechend Vermute ich ja fast Er ist durch die Zeit gefallen Wenn nicht Ist er ein Vorfahrer von dem Oh es schneit Gehen wir rein Oder will ich Will ich mir Ich muss gerade nachdenken Wir gehen rein Meine Klamotten frieren zu Oh wie cool Für mich nicht so cool Ich hätte Winterkleidung Kaufen sollen Aber zu spät Oh Seltsam Normalerweise gibt es hier Fackeln Die die Höhle erleuchten Ist das eines dieser Hindernisse Von denen zu Bucky gesprochen hat Aber kein Grund zur Besorgnis Ich kenne den Weg Ob bei Dunkelheit Oder schlechtem Wetter Ich erreiche immer mein Ziel Also dann folge mir Und verpass nicht den Ausgang Mal schon mich hier umgucken Weißt du Ich habe vage Erinnerungen Dass ein Partner an meiner Seite war Ja Er ist ein Zeitreiser Hin und her Sein Name fällt mir nicht ein Aber ich glaube Es war ein Pokémon Das Feuer einsetzen konnte Wenn es hier wäre Könnte es den Weg erhellen Und uns durch die Dunkelheit geleiten Lass uns einen kurzen Halt einlegen Oh yes Okay Damit haben wir Haben wir das Rezept auch gelöst Kein Hisui X-Bud Zu unserer Rechten Haben wir das Elite Pokémon X-Bud entdeckt Normalerweise würde das Dein Vorankommen Sich Sicher nicht gefährden Doch im Dunkeln Sollten wir kein Risiko eingehen Daher schlage ich vor Dass wir unsere Schrecke ändern Also dann Folge mir Verpasst Gleich Ach Shit Ich dachte ich kann es fangen Aber ich habe die Option nicht Hm Ich erinnere mich vage an einen Mann Der mir ähnlich sah Ich glaube Wir haben uns Oft über Pofen Mal unterhalten und gekämpft Ja Ja Gerade ist mir Etwas eingefallen Was er immer gesagt hat Mir gefallen sie Bald erreichen wir Den letzten Station Der bizarren Höhle Den Ausgang Auch ohne Erinnerung Scheint in meinem Herzen Noch viele Alten geblieben zu sein Was ist da hinten Ach ein Kristall Okay Ab hier Sollte es kein Problem mehr geben Das sind doch Die Fackeln Lass uns erst die Fackeln wieder zurückbringen Sollte noch jemand versuchen Diesen Weg im Dunkeln zu beschreiten Könnte das Böse händen Sehr schön So Jetzt sind alle Fackeln wieder angezündet Sicherheitskontrolle abgeschlossen Kein Problem entdeckt Die Fahrt kann weitergehen Folgt man dem Weg Den die Fackeln weisen Kommt man zum Ausgang dieser Höhle Cool Ich will jetzt aber erstmal versuchen Das X-Bad zu fangen Es war hier Wenn ich mich richtig Ach übrigens Habe ich auch das Rätsel dieser Steine gelöst Die kann ich Die kann man vor der Feierinsatz gemacht Ich habe wirklich auf ein spezielles Pokémon gewartet Was mich im Nachhinein ein bisschen ärgert Oh hallo du Das ist ein Inkognito Und wir haben das L gefangen Cool Ach hier war es Hier ist X Hier war doch das X-Bad Was ist X-Bad hin Ich bin extra den Umweg gegangen Für X-Bad Oh das ist dieselbe scheiß Höhle An sich machen die hier Eine Evolution Näheren Nachteil Ähm Durch kann das sein Okay Wollte ich doch Vielleicht fangen Aber dann nicht Okay Wellen Tackle Ja Damit habe ich gerechnet Aber ich wollte es Trotzdem versuchen Oh Stimmt Ich hatte den Platz freigelassen Mhh Dumm Kampffähigkeit Ach ne Kraftreserve Ich wollte gerade sagen Hä was ist denn Kampffähigkeit Aber Ach kampffähig Äh Ah ok Trottel 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 So Ähm Dann Quicksilver Können wir eh warten müssen Keine Gefangenen Okay Mal gucken was war in der Höhle Und ich will mal gucken Ich belebe dich mal wieder Ausnahmsweise Schließlich sollst du leveln Schließlich ist das deine große Aufgabe hier Leveln Ähm Ich könnte übrigens auch Hypertränke Ähm Herstellen Aber Leider müssen sich die Die Tränke upgraden Gegenseitig Was ich ein bisschen schade finde Was nämlich das Craften mit voller Tasche Schwieriger macht Ehrlich gesagt Ähm So Und sich da Oh Nice Ich werde das klein Oder Ah shit Dafür muss die Feder Aber ist aber weg Komm schon Ist du eingeschlafen Ja Du siehst mich nicht Yes Ich glaube ich gehe mal kurz zurück Kein Grad zurück Kein zurück Ich weiß es ist dumm Aber ich will ein Boden Pokémon mit Ich will tatsache wegen Elektroball Wobei Elektroball ist Pflanze Auch Ähm Ach ja stimmt Ich muss hier auch irgendwas mitbringen Für So nimm mal dich mit Vielleicht hast du ja auch eine Schein Äh eine shiny Form Genau Ähm Ne Ähm So Und ich pack mal gleich in die In Konto Box Zack Ich will für alle Fälle Ähm Ein Boden Pokémon haben Du bist zwar jetzt Level 20 Aber irgendwo müssen wir anfangen So Ähm Oh mein Gott Diese Statue zeigt ein Pokémon Aber es ist nicht bekannt von wem oder wann sie erbaut wurden Guten Abend Trollo Okay Ist das eine Gengar Statue? Ne Ist das eine Pipi Statue? Diese Statue zeigt ein Pokémon Aber es ist nicht bekannt von wem oder wann sie erbaut wurde Okay Wir haben hier eine Sknet und eine Pipi Statue Interessant So Uh Da war die Ups Sorry Oh dann Herzlichen Glückwunsch Hast du dir zum Geburtstag hier Ähm Legenden Aquaskill gönnt Gönnt So, und jetzt... Schleichen wir uns schön... Wobei, noch kann ich... Sollte ich rennen können? Na dann, ähm, herzlich... Herz... Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich hab, ähm... Ah, shit. Ich hab sehr viel Freude mit dem Spiel. Ähm, es macht so viel anders. Es macht viele Sachen wie in klassischen Pokémon-Spielen. Ähm... Wie zum Beispiel, dass es keine... Keine, ähm... Dass die Pokémon keine Fähigkeiten mehr haben. Aber insgesamt... Sehr, sehr geiles Spiel für mich. Welchen Start hast du denn gewählt? Wo komm ich hier? Oh, so... Oh, ist das... Ist das dieses Kröten-Pokémon? Ah, shit. Hätte ja klappen können. Ruhigst du dich wieder, Welser? Baut's gewählt. Oh, ähm... Hat es sich schon voll entwickelt? Ah, der dritte, der dritte. Wer war denn der dritte? War der dritte... Sagst du mir lieber, sonst spoiler ich dich. Wer ist denn der dritte? Ich hab's echt vergessen gerade. Weil das müsste hier der fünfte sein. Oh, come on. Ah, als ob du das noch gesehen hast. Das guckt auch die ganze Zeit zu mir. Das ist ja... Ich will dieses Welser. Ah, Karni war der dritte. Ähm... Ne, das war sogar der letzte... Moment, das ist... Ist das der dritte? Moment. Ach, Tatsache. Warum hatte ich denn gedacht, der fünfte Ache? Ich glaube, wegen... Ähm... Wegen Osa Luna hab ich das gedacht. Wegen dem Reit-Pokémon. Stimmt, dann bist du... Dann bist du ja genauso weit wie ich. Könnte man sagen. Nein. Ich will dieses Welser fangen. Oh, wie viel Alpha hab ich? Ein paar. Ein paar. Ähm... So genau weiß ich das gerade gar nicht. Moment. Ich glaube, ich hab... Eins müsste ich sogar... Ach doch. Ja, ich vergesse mal, das ist alles ein... Ich glaube, das... Genau. Hier. Eins hab ich auf jeden Fall hier mit drin. Äh... Keine Ahnung. Ich würd sagen, irgendwas zwischen 5 und 10. Ich hab leider immer Pech, dass ich... Dass ich sie dann eher besiege, als dass ich sie fange. Also, ich bin ja schon froh, dass ich sie jetzt auch ohne den Kampf... Zumindest einen Fangversuch starten kann. Das hilft. Tatsache. Zwei Damirplex. Das hab ich tatsache hier offscreen gefangen, hier mein Gandalf. Ähm... Das ist auf dem hohen Berg da, im Startgebiet. Äh... Die Obsidian... So, jetzt aber. Du... Du willst mich... Oh, dann leck mich doch. Du willst sterben, dann stirb halt. Und das ist hier so ein cooles Detail, finde ich. Dass Pokémon nicht schwimmen können, auf so einem kleinen Boot sitzen. Ähm... Ja, ich weiß, was das gemeint war. Komm, versuch's. Weißt du, wie du Damirplex entwickelst? Oder soll ich dir einen Tipp geben? Ach so, du hast zwei insgesamt. Ja, es ist... Ist in Ordnung. Ähm... Ne, weiß ich nicht. Ah, okay. Wunderbar. Ähm... Du kriegst den... Du musst mit Damirplex... Ne, falsch. Obwohl doch, hier kann man's auch sehen. Mit Damirplex musst du nämlich diesen Barrierestoß 20 Mal als schneller Attacke einsetzen. Das musst du machen für die Entwicklung. Da bin ich auch nicht drauf gekommen. Hab ich auch bei PokéWiki nachgeguckt, vorsichtshalber. Ähm... Aber man kann's halt sagen, wenn man die Pokédex-Eintrag genau liest, kann man drauf kommen. Sondern nur... Nur schwierig, aber... Man könnte es erraten. Sagen wir lieber, man könnte es dann erraten. So hundertprozentig ist es dann immer noch nicht. So, fang ich dieses X-Bud? Kann ich dieses X-Bud fangen? Ja, man kriegt ein Shiny quasi geschenkt. Ich weiß nicht... Du müsstest die, ähm... Die Side-Quest... Mit dem besonderen Ponita schon angenommen haben. Nämlich mal an dem Punkt... Ähm... Und das ist halt ein Shiny Ponita. Was man fangen kann. Und ich hab das Gefühl, dadurch, dass ich es halt auf Ani mit einem normalen PokéWiki gefangen habe, dass es ein Geschenk ist. Das hab ich vorhin auch entwickelt, aber ich wollte mir... Hab's erstmal rausgenommen, weil... Mir war nicht bewusst, dass Galoppa keine Augenbrauen hat. Und ich will dann erstmal... Ich will mir dann lieber ein eigenes Shiny fangen, wo ich mir quasi verdienen muss. Ach komm, drehe ich doch... Ja... Moment, was? Okay, jetzt... Ganz vorsichtig. Oh, Gott sei Dank. Lauf, 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 wenn's mich... Yes! Und da haben wir, ähm... Ein Alpha-X-Bud. Hä? Uh, sehr cool. Ne, ne... Richtiges, echtes Shiny hab ich tatsächlich noch nicht gefangen. Das will ich noch machen. Ähm, hast du danach ge... Ähm... Hast du ne Shiny-Jagd gemacht? Oder hast du... Ähm... Das per Zufall, per Glück quasi einfach gefunden? Drift Zeppeli ist auch gelb, ne? Ich find... Ich find Drift Zeppeli sieht ganz cool aus in Shiny. Okay. Oh, da war ich auch einmal drin, hab ich einen Schlurpleck gefangen. Und musste halt... Hab echt um mein Überleben gekämpft, weil die mich... Weil... Ist das normal? Ich hab erst eine gemacht, aber... Ständig hatte ich drei Pokémon an der Hacke, die... Die mir auch immer... Äh, die mich auch immer gleichzeitig bekämpfen wollten. Ich muss also immer gleichzeitig gegen drei Pokémon kämpfen, die super stark waren. Aber da... Interessante Pokémon sind dabei. Ich hab auch, ähm... Das Pflanzen-Evoli gesehen. Ich frag jetzt immer, wie's heißt. Poliphorba? Ist das Poliphorba? Egal. Ähm... Also ich hab da schon coole Pokémon gesehen, aber ich musste halt echt abhauen. Weil die mich echt so fertig gemacht haben. Du hast ne Taktik. Oh, na, da bin ich mal gespannt. Ich habe übrigens von Professor Levin gehört, dass du vom Himmel gefallen kamst. Weißt du? Auch ich fand auf einmal hier in Isui wieder einen Ort, von dem ich noch nie zuvor gehört hatte. Ich konnte mich an nichts erinnern, außer an meinen Namen. Ich war zu fassungslos, um mich auch nur von der Stelle zu bewegen. Da kam der Perl-Clan zu mir, mir zur Hilfe. Sie erkannten, dass ich gut in der Natur und mit Pokémon zurechtkam und ernannten mich deshalb zum Wächter. Doch ich frage mich, zu welchem Zweck ich in diese Welt gelandet bin. Ach, ich... Ach, mein Gerede führt doch zu nichts. Lass uns schnell weitergehen. Okay, scheinbar pickt Arkois wahllos Menschen aus der Welt. Oh, so viele Enthorn. Äh, Enthoron meine ich. Das hat bei mir echt nicht funktioniert. Wahrscheinlich habe ich einmal so einen Fehler gemacht, dass mich alle gleichzeitig gesehen haben. Und dann bin ich hier auch nicht mehr los geworden. So, das könnte mein erstes Enthoron werden. Yes, perfekt. Das ist schon wieder Parasack. Skaraborn. Oh, hier gibt es eine richtige Skaraborn. Übrigens, Skaraborn, ähm, habe ich... Skaraborn habe ich auch als Alpha gefangen. Das ist am Rand vom Obsidian, ähm, Grasland. Ich glaube aber, dafür braucht man dann schon... Ach so, hast du ja. Wenn du schon drei gemacht hast, ähm, drei, ähm, Könige, dann hast du ja schon, ähm, ein... Eins, äh, hast du ja schon das Surfer-Pokémon. Übrigens, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, ähm, bevor du großartig weitermachst, erhöhe dein, dein Rang. Ich habe nämlich mit ein bisschen, ähm, Sidequests, ähm, Sidequests, also die Sidequests würde ich dir wirklich empfehlen, beziehungsweise noch viel wichtiger ist, die verschiedenen Bereiche abzugrasen. Und ich habe nämlich mit Rang 6 kriegst du Hyperwelle. Ich weiß nicht, was jetzt mit den restlichen Sternen noch kommt, aber mit Rang 6 kriege ich Hyperwelle und gehorchen alle Pokémon bis Level 80, wie es da auch steht. Also ich kann dir wirklich nur empfehlen, bevor du großartig weiterspielst, hol dir erstmal die Hyperwelle. Das macht dein Leben so viel einfacher. Oh, ja, das habe ich aus Versehen getötet. Ich hoffe, es respawnt. Ich war seitdem nicht mehr da, aber ja, das will ich immer auffangen. Die anderen beiden habe ich auch schon gefunden. Ähm, hier, äh... Panferno und... Oh Gott, wie heißt es denn? Tolterra? Irgendwas mit Terra. Die Kleinen habe ich schon. Ich glaube, die Kleinen habe ich alle gefangen. Ich habe, glaube... Ne, Plinfa habe ich nicht. Plinfa habe ich nicht, aber die anderen zwei. Ich habe den kleinen Affen, Panpyro. Und Shelterra habe ich, glaube ich... Ne, Shelterra ist die große, aber die kleine Shelterra habe ich gefangen. Ich glaube, Plinfa habe ich noch nicht gesehen, aber es müsste irgendwo am Strand sein, wahrscheinlich. Aber, ja. Das finde ich übrigens auch ganz cool, dass sie die legit ins Spiel gebracht haben in freier Wildbahn. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass es die, die, ähm, Starter hier geht. Ach, warum kriege ich hier einen Dexter? Du kennst die Starter, ja. Also hier quasi Baut und Ottero, weil ich habe, ähm... Ich habe nämlich hier, ähm, Feurige genommen. Ich hoffe ja, dass die irgendwann, dass man die auch irgendwie noch kriegt, weil sonst wird der Pokédex ja nicht vervollständigt. Du magst Panpyro nicht? Also, für mich war es halt damals ärgerlich, weil es war das zweite Feuerkampf-Pokémon, ähm, nach Logok. Und Logok ist halt einfach das beste Feuerkampf-Starter-Pokémon. Und als dann das Feuerschwein kam, da war ich dann echt ein bisschen genervt. Das hat dann dazu geführt, dass ich halt für die kommenden Generationen immer auf die Leaks gewartet habe zu den finalen Startentwicklungen, um zu verhindern, dass ich wieder ein Feuerkampf-Pokémon habe. Und bis jetzt lief es ganz gut. Mit dem Hasen war ich zwar nicht zufrieden, weil es war ein langweiliger Eintypen-Starter, aber immerhin. Aber dann hast du ja auf jeden Fall das Alpha-Panpyro schon gesehen, wenn du Panflamm hast, weil die laufen ja neben Panpyro rum. Und da gibt es Panflamm noch woanders. Weil ich habe meinen Panflamm auf einer Insel gefangen, wo auch Panpyro steht als Alpha. Leider habe ich ihn auch platt gemacht aus Versehen, was natürlich schade ist. Du bist ja ein Polion-Fan, okay. Ja, also ich habe halt eine Tradition. Ich habe halt immer die Feuerstarter genommen. Seit Rot und Blau habe ich immer Feuerstarter genommen. Außer in Gold und Silber, da habe ich Kani-Mani genommen, weil Kani-Mani einfach cooler war als Feuerriegel. Machen wir uns einmal nichts vor. Ansonsten immer den Feuerstarter. So, du schläfst auch bestimmt, ne? Schnell wieder den Boden. Nur Pflanze. Pflanze, ja, ist eigentlich immer ganz solide, das stimmt. Ich überlege gerade, welche Pflanzenstarter waren denn, fand ich ja nicht so... Die Schlange. Ich glaube, die Schlange fand ich nicht so cool und hier den Kastanien-Igel aus X und Y. Die fand ich beide jetzt nicht so berauschend. Aber ansonsten sehen die designtechnisch eigentlich immer ganz solide aus. Das stimmt schon. So, wo wollen wir hin? Jetzt irgendwelche neuen Pokémon. Ich muss mir erst mal umgucken. Sieht schlecht aus, ne? Egal. Und was ich empfehlen kann, erweitere das Feld im Dorf. Und nutze das Feld, weil da kannst du Aprikocos anbauen, Heil-Items kannst du da anbauen. Achso, davor hast du noch nie ein Pokémon-Spiel gespielt. Vor, ähm, Schild. Dann bist du ja noch ganz frisch in dem... In dem... Oh, von nahem sieht das Ding schon cool aus. Ähm, dann bist du ja noch ganz frisch im Pokémon-Game, sag ich mal. Und nicht so wie ich, der das schon seit Anbeginn des Franchises macht. Und für den, äh, die Formel wirklich irgendwann langweilig wurde. So, fangen wir uns. Uh, zack. Ah, okay, Let's Go Evo. Ja, aber Let's Go... Das klingt jetzt wirklich doof, aber Let's Go war auch kein klassisches Pokémon-Spiel. Dadurch, dass es halt auf die, äh, Pokémon-Go-Spiele abgezielt hat. Was auch gut funktioniert hat. Ich fand's damals auch sehr erfrischend. Aber es hat irgendwie... Ja, es hat irgendwie beim, beim... Beim Level nicht so Spaß gemacht. Dadurch, dass man halt immer Pokémon fangen musste. Gut, ist hier halt auch der schnellste Weg zum Leveln. Aber wenn ich wollte, könnte ich hier halt gegen jedes Pokémon kämpfen. Und, ähm, ja, also Let's Go hat mir Spaß gemacht. Aber bräuchte ich jetzt auch kein zweites von. Was, was ja schon mal als Gerücht gab, dass sie auch zu Gold und Silber noch ein Let's Go machen werden. Aber ich, ich glaube nicht. Weil ich glaube, ähm, Game Freak ist ja schon ganz klar, dass sie... Dass der Pokémon-Go-Zug inzwischen abgefahren ist. Den Hype haben sie jetzt durch. Und damit können sie keine Spiele mehr... Ist da noch ein Alpha? Da ist noch ein Alpha. So, wie komme ich jetzt an das Skarabon ran? Knacken wir erstmal den Stein da auf. Skarabon kommt schon zurück. Oder auch nicht. So, und dann fangen wir uns gleich das da. Ah, shit. Das hat nicht funktioniert. Ganz vorsichtig. Aber das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Dann hast du ja wirklich drei Spiele gespielt, die sich alle komplett unterschiedlich spielen. Dann kannst du ja wahrscheinlich gar nicht... Dann hat sich für dich ja das nie so gespielt wie das, worüber sich ja viele Pokémon-Fans beschweren. Dass es halt nie Neuerungen gab. Das ist cool. Das freut mich für dich. Weil ich habe wirklich jedes Pokémon-Hauptspiel gespielt, was... Ähm... Seit Rot und Blau rausgekommen ist. Jede Generation mindestens mit einem Spiel. Und meistens dann noch die dritte Versen. Ach, come on, Skarabon. Stell dir mal eine E-Mose an. Ah, shit. Okay. Dann wird es Stress. Kannst du haben. Das ist alles nur, weil ich das Alpha-Pokémon da empfangen will. Okay. Ähm... Will ich es riskieren? Ich... Nein. Nein. Wir... Ich heil mal. Ich heil mal. Äh... Mit dem Supertrank. Auch dieses Crafting-System gefällt mir. Was ich halt schade finde, dass die Tränke... Ähm... Nur upgradable sind. Also ich brauche einen Trank, um einen Supertrank herzustellen. Einen Supertrank für den Hypertrank und dann so weiter. Ja, oder? Habe ich das Rezept für einen Top-Trank? Nee, ich glaube für einen Top-Trank habe ich noch nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Aber das finde ich schade. Ich wünsche, ich könnte gleich einen Super- oder Hypertrank machen. Oh, oh. Was machst du jetzt? Ah, du hast deine... Du hast deinen Super-Schenk. Wunderbar. Wellenattacke. Go! Du wirst Meistern Pokémon, obwohl du erst drei Pokémon-Spiele gespielt hast. Ja. Also ich... Wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, ja, jeder, der ein Pokémon-Spiel durchgespielt hat und die Pokémon, die er geschafft hat, darf sich Pokémon-Meister nennen. Ich bin daher quasi achtmaliger Pokémon-Meister. Oh, oh. Das hat mich gesehen. Achtmaliger Pokémon-Meister. Eigentlich sogar noch... Noch... mehr, weil ich logischerweise ja von jedem Spiel mindestens zweimal die Pokémon-Liga... Also... Sogar noch mehr. Ich glaube, ich könnte nicht mal erzählen, wie oft ich die Pokémon-Liga damals in Rot und Blau... Also in Rot durchgespielt habe. Oh, komm... Ach, scheiße. Das war... Das war nicht der Pokéball. Ah, das war dumm. Das war dumm. Okay. Macht nix. Ich wollte einen Pokéball werfen. Ja, das war's für Barschuft. Wen schicke ich jetzt zum Fang raus? Äh... Ich glaube, Azula ist ganz gut. Schicken wir Azula raus. Ich wollte einen Hyperball werfen. Hm, ärgerlich. Egal. Kommst du eigentlich mit dem, ähm... Platz im Beutel klar? Ich musste schon so oft... Ähm... Den... Den... Nachrüsten lassen, den Beutel. Dass es schon nicht mehr lustig ist. Also... Mit dem Inventarplatz komme ich echt nicht klar. Der ist zu wenig. Äh... Ich glaube, ich spare mir mal kurz, äh... Den... Den Beleber und gebe dir mal lieber ein Bonbon. Und... Gebe dir, weil ich nett bin, mal einen Hypertrank. Ja. Der Beutel... Also ich wünsche mir, dass sie viel aus... Arkeus übernehmen für das nächste Hauptspiel. Oder das übernächste Hauptspiel zumindest. Aber den Beutel... Bitte nicht. Ich habe nämlich, äh... Im Internet jetzt auch schon ein Bild gesehen. Wo stand, ich... Ähm... Ich... Also ich bring dir bei, deinen Beutel besser zu organisieren. Für... Eine Million Pokedollar. Und ich hoffe, das ist ein Fake. Weil... Ich bin jetzt bei... Zehntausend, glaube ich, für die nächste Lektion. Und ich finde es gruselig. Und man kriegt ja immer nur einen Platz dafür. Einen läppischen Platz. Welch wenigstens ähnlich wie das bei anderen Spielen ist. Dass man halt dann... Eine größere Tasche kaufen kann. Oder sowas. Dass es halt gleich auf einmal viel mehr ist. Oder zum Beispiel... Wobei ich nicht wüsste, wie sie das hier mit den Bären machen wollen würden. Ähm... Wie bei... Bei Skyrim oder dem Witcher. Dass das nach Gewicht berechnet wird. Aber ich glaube, wie gesagt... Ich wüsste jetzt nicht, wie sie das machen wollen. Weil... Wie viel soll so eine Bäre wiegen? Oder so ein Köder? Das macht ja gar keinen Sinn. Also wenn, dann müssten sie schon nach Anzahl machen. Aber... Wenn ihr schon... Also wenn sie schon den Beutel nicht mehr unendlich machen wollen... Dann... Sollen sie mir gleich auf einmal mehr Plätze geben. Als ein pro Upgrade. So. Ähm... Weiter geht's. Oh, wer sieht mich? Wer hat mich gesehen? Wer sieht mich? Wir sind am Ziel... Warum gibt's hier keine neuen Pokémon? Da wackelt was im Baum. Da wackelt was im Baum. Das brauche ich vielleicht. Skaraborn? Okay. Mit Skaraborn habe ich nicht gerechnet. Ja... Also von... Gibt's die ja schon. In den alten... In den anderen Spielen gibt's die ja schon. Ne Bären-Tasche, ne... Also da hat man den Rucksack organisiert wie einen echten Rucksack. Dass man in ne Tasche halt bestimmte Sachen packt. Also da gibt's ne Bären-Tasche, ne Ball-Tasche, etc. Das können sie auch wieder einführen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass sie halt den Beutel... Ähm... Nicht mit übernehmen für die Zukunft. Das ist einer der wenigen Kritikpunkte, die ich habe am Spiel. So, ähm... Skaraborn. Äh... Wir schicken wieder Barschuft rein. Barschuft muss Schaden nehmen. Damit ich's entwickeln kann. Hm... Das solltest du überleben, oder? Komm schon, Barschuft. Ich hatte halt auch schon ein paar Mal, wo ich dann überlegen musste... Was schmeiß ich raus, damit ich zum Beispiel einen Trank herstellen kann. Oder... Oder einen Pokéball oder sowas. Also... Der Beutel war schon für mich echt teilweise jetzt schon ein Problem. So... Apropos craften. Herstellen. Äh... Was will ich hier? Ich glaube, ich will einen Trank herstellen. Und vom Trank will ich dann... Genau. Moment, was brauche ich hier für... Ja, okay, okay. So, sollte klappen. 35, will ich 35 herstellen? Hm... Wir machen mal... Ich hab jetzt zwei. Machen wir mal noch. Drei Beleber. Ähm... Wie gesagt, dann geh mal aufs Feld. Also der... Der Bereich links neben dem Kampffeld. Da, wo man auch die Attacken beibringen kann. Und... Grade mal das Feld ab. Da kannst du mich Aprikokus anbauen lassen. Und... Wenn ich mich nicht irre, kommst du halt preiswerter, wenn du die Einzelteile für die Pokébälle kaufst, als wenn du die Pokébälle selber kaufst. Weil... Und dann sie selber herstellst. Ähm... Weil... Die... Also wenn wir jetzt zum Beispiel... Gehen wir mal auf den Hyperball. Eine Aprikoko kostet 40 Poké-Dollar. Ähm... Vor allem dadurch, dass du Aprikokus, wie gesagt, auch auf dem Feld anbauen kannst. Also das gefällt mir halt. Dass ich meine... Meine Pokébälle selber herstellen kann. Das... Das genieße ich richtig, ehrlich gesagt. So. Ja, shit, darauf hätte ich achten müssen. Und... Ja. Wir machen mal... Ich mache... 16, weil dann habe ich 25. Genau. So. Ähm... Will ich sonst noch was herstellen? Ne. Ich muss aber bei Gelegenheit wieder was rausschmeißen. Egal. Achso, halt. Äh... Ich wollte ja meinen Barsch aufteilen. Deswegen habe ich den ganzen Quatsch ja gemacht. Deswegen habe ich den ganzen Quatsch ja gemacht. Schauen wir mal ein paar Tränke. Ah, okay. Jetzt verstehe ich dein Problem. Also du kannst die nicht herstellen, weil du keinen Platz für die Materialien hast. So meinst du das. Ja, aber dann, dann, äh... Also so krass war es bei mir, glaube ich, nicht. Also dann musst du dich... Arbeitest du dann viel mit den Ködern und sowas? Weil damit arbeite ich halt wenig. Und ich habe zwar wenig Platz, aber ich versuche halt immer Platz zu haben, dass ich Pokébälle herstellen kann und Medizin. Dafür versuche ich schon mal Platz zu schaffen. Und der Rest kommt knallhart in die Box. Also in diese Kiste, die im Lager steht. Beziehungsweise im Dorf. Wie ungehobelt von euch. Die Fackeln einfach wieder aufzustellen. Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben, sie ordentlich wegzuräumen. Ein guter Wille wird von euch mit Füßen getreten. Guter Wille? Ohne die Fackeln können Menschen die Höhle nicht passieren. Selbst unterwegs, dann scheint es unterschiedliche Ansichten zu geben, was? Ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis bald. Und viel Spaß noch mit Pokémon Legenden Arceus. Die Pokémon dort bevorzugen das Dunkel der Höhle. Deswegen habe ich die Fackeln gelöscht. Ja, meinen guten Willen, der hat missachtet. Den lasse ich auf keinen Fall in die Nähe von Lektroball. Habt ihr verstanden? Wenn ihr an mir vorbei wollt, müsst ihr erst meinen Partner mit zwingen. Was willst du tun bei euch? Ich werde gewinnen. Ich will nicht kämpfen. Ich werde gewinnen. Warum soll ich nicht kämpfen? Der ist unverschämt. Arrogant. Auf, Skunk Tank. Dein Gestank soll sie das fürchten lernen. Ja, Skunk Tank passt. Ich bin nicht überrascht. Okay, Barschrift. Deine letzte Wellenattacke. Okay, Barschrift. Ähm, wir schicken Quicksilber rein, weil Quicksilber... Quicksilber hat keine... ...keine Probleme mit, ähm... ...Giften. Aber dafür mit anderen Sachen. Äh... Ja... ...ein Supertrag reicht. Oh, come on. Äh... Nee, Katsch. Komm. Ach, stimmt. Mir fällt gerade ein, wenn sich die Version genauso entwickelt wie das Original, dann brauche ich ja früh Regen. Weder ich noch mein Partner Skunk Tank erkennen diese Niederlage an. Habt ihr das verstanden? Ich habe noch nie aufgegeben. Allerdings muss ich meinen Skunk Tank jetzt ausruhen. Ich ziehe mich vor uns zurück. Freut euch nicht zu früh. Es ist nur ein strategischer Rückzug. Oder eher... ...eine kleine Kursänderung. Nächstes Mal... ...kenne ich keine Gnade. Klar. Ist immer, was du sagst. Wirklich ein sehr... ...lebhafter Geselle. Was er wohl vor hat? Jedenfalls sollten wir keine Zeit mehr verlieren. Unser nächster Halt ist der uralte Steinbruch. Roger, Roger. Gott, das sieht schon cool aus hier. Wie komme ich denn da ran? Nicht Kraxler? Lerne ich hier irgendwo Kraxler? Der uralte Steinbruch. An diesem Ort wurden die Steine zum Bau des Tempels abgebaut. Welcher Tempel? Ich frage mich, ob Menschen und Pokémon hier gemeinsam gearbeitet haben. Oder ob es nur die Pokémon waren. Die verbleibenden Felsen kann man nutzen, um sich vor Willen Pokémon zu verstecken. Oh. Ach so. Oh. Wenn das nicht hin ist. Und ihr Name war Wollo, nicht wahr? Was führt sie hierher? Nun, ich habe mir Gedanken über ihren Gedächtnisverlust gemacht. Könnte vielleicht der Riss im Raum Zeitgefüge der Grund dafür gewesen sein? Ich glaube nicht. Dass der Riss etwas damit zu tun hat. Aber ich erinnere mich noch immer an nichts. Weder wo ich hergekommen bin, noch ob ich Familie hatte. Deswegen sollten Sie sich mit Ihren Fragen besser an Borch wenden. Verstehe. Ich hoffe, dass Ihre Erinnerungen bald zurückkehren hin. Borch, erinnerst du dich daran, was passiert ist, bevor du aus dem Riss im Raum Zeitgefüge gefallen bist? Ähm, ja, da war etwas. Ich verstehe. Persönlich glaube ich, dass sich darin etwas befindet, das die mysteriösen Blitze verursacht. Ähm, das ergibt Sinn. Ja, doch, ich würde sagen, das ergibt Sinn. Ich bin mir nur noch interessiert, ob das dieselbe Kreatur ist. Also, uns hat der scheinbar Akkus geschickt und uns das tolles Smartphone geschenkt. Und ich glaube, die Blitze werden von Giratina verursacht. Es ist nur so ein Gefühl, was ich habe. Meine Nachforschung zufolge soll dieser Riss im Raum Zeitgefüge bereits vor langer Zeit schon einmal erschienen sein. Daher wissen wir auch, wie diese Phänomene genannt wird. Ich frage mich, was für eine Welt sich wohl hinter jenem Riss erstreckt. Meine Vermutung ist, dass es sich um das Reich des ehrwürdigen Sinn nur handelt. Meine Vermutung ist, es ist die Zerrwelt. Doch warum ist der Riss im Raum Zeitgefüge, der in der Vergangenheit verschwunden ist, jetzt wieder erschienen? Und wieso ist Borch daraus gefallen? Es gibt so vieles, das wir noch nicht wissen. Ich würde mir von Herzen, ich wünsche mir von Herzen, dass Sie diesem Rätsel auf den Grund gehen können, Volo. Das würde sicherlich alle beruhigen, die sich vor den in Rage geratenen Königinnen und Königen fürchten. Die Menschen, die hier leben, haben für mich oberste Priorität. Ob er vielleicht zum Schluss das wahre Böse sein könnte? Hoffentlich nicht, aber vielleicht? Von hier aus ist es nicht mehr weit. Lass uns zügig aber ohne Eile weitergehen. Muss ich mir da folgen? Nein, sehr schön. Ich muss Kraxler lernen, oder? Sonst komme ich doch nie da oben hin. Oh. Hallo, du. Und apropos Hallo, du. Ähm. Was war eigentlich diese blaue Medizin? Achso, die blaue Medizin, die ich noch auf Herstellen müsste, ne? Ähm. Ach, die hätte ich aussortieren können. Hatte ich nicht noch irgendwo eine AP-Beere? Nee, natürlich habe ich die ausgerechnet nicht mitgenommen. Äh, okay. Äh. Hey, Kutsch. Bronzel gefangen. Sehr schön. Oh. Ja, shit. Äh. Weil es gibt Unlicht. Und gegen Stab Psycho sollte das noch klappen, oder? Finster Aura. Weil Gift bringt mir nichts, klar. Zugegeben. Aber jetzt kann ich dich endlich mal in Aktion sehen. Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Gott, warum sind hier so wenig Pokémon? In den anderen Gebieten waren so viele neue Pokémon immer. Ich dachte kurz, das ist ein Alpha, ähm, incognito. Ah, shit. Du hast mich nicht gesehen. Oh, oh. Hopp! Okay, du bist Stress. Dann kriegst du Stress. Yes. Born Song, ich wollte dich fangen, aber gut, du willst nicht. Von mir aus. Äh, Finster Aura. Von mir habe ich das Gefühl, die Alpha-Pokémon sind ja auch schwächer als in anderen Gebieten. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe hier irgendwie eher die Sorge gehabt, oh, vielleicht, vielleicht, ähm, bin ich zu schwach für dieses Gebiet. Ah, nein, hier sind die Gegner irgendwie gefühlt schwächer als in anderen Gebieten. Das finde ich merkwürdig. Da ist Teddy Ursa, das kennen wir auch schon. Ne, den will ich nicht mitnehmen. Da ist eine Bohne. Oh, ich wünschte, es gäbe, ähm, den Eisbären hier. Der würde hier... Ah, scheiße. Schon wäre das falsch ausgewählt. Egal. Ähm. Ich will ja den Pokéball haben. So, wie komme ich da hoch? Komme ich... Käm ich da... Jawoll. Oh Gott, hier sind so viele Ursaring. Ich reite einfach mal vorbei. Und was ist das für ein Brocken hier? Eisenbrocken, sehr schön. Ich bin nur, ob du durchreist. Und hier schon wieder die Elektro-Pokémon... Wir müssen etwas unternehmen. Was machst du hier? Oh, du bist gar nicht er. Du bist nur von seiner Truppe. Oh, jemand von der Galaktik-Expedition. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe gehört, dass ihr hier ein Basislager richten wollt. Doch dieses Bronzel behindert anscheinend den Aufbau. Allerdings greift es auch nicht an. Vielmehr scheint es uns etwas mitteilen zu wollen. Das könnten wir nicht einfach ignorieren. Ich bitte dich, finde heraus, was das Bronzel mit seinem Verhalten beabsichtigt. Das machen wir mal. Ich brauche nämlich ein neues Lager. Okay, Bronzel. Was willst du? Ist Timmy in den Brunnen gefallen? Ron, Ron. Dort drüben scheint etwas zu sein. Okay, Bron, Bron. Ist das schon wieder Skaraborn? Die Sentoron, Entschuldigung. Die Skaraborn. Oh. Ja, fein. Fein. Oh, warum ist Quicksilver denn so angeschlagen? Moment. Quicksilver muss leveln. Ich weiß gar nicht, mit welchem Level es sich entwickeln kann. Vielleicht mit 45? Mir ist es mit 45. Und bei Regen. Regen war es zumindest im Originalspiel. Ja, wir machen mal keine Gefangenen jetzt. Shit. Hiervon weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Mit den Statuseffekten habe ich mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Da bin ich noch hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Gerade mit Schlafen. Und Gefrieren. Weil Gefrierbrand ist jetzt genauso wie Feuer. Wie Verbrennung. Nur schwächer irgendwie. Ich weiß nicht, ob bei Gefrierbrand noch irgendwas dazwischen ist. So, was? Wo kommt das hinaus? Ziel. Oh, es vermisst sein... Sein Partner. Ah-ha. dieses bronzel ist auf einmal hergeflogen jetzt verstehe ich das andere bronzel dort ist verwundet schrecklich wir müssen es schnell versorgen so jetzt sollte es ihm wieder ganz schnell wieder besser gehen sieht so aus als habe bronzel mit hilfe für seinen freund gesucht ich danke dir dass du dieser sache nachgegangen bist es können so konnten wir dem verletzten bronzel gerade noch rechtzeitig helfen selbst für die pokémon die hier leben scheint es ein gefährliches zu sein du solltest also immer gut vorbereitet sein wenn du den deinen forschung nach gehst wir von der gelde haben immer größte menge an unserer ware vorrätig also kannst du bei bedarf viel einkaufen und während ich hier mit der rede sind die arbeiten am basislager schon abgeschlossen ich verabschiede mich morgen ein neues basislager sehr cool kann ich mich direkt hinwoppen ich kann mich direkt hinwoppen das sieht aus als ob ich kein kein weg geschaut oh gott dieses gebiet ist riesig wie cool ok vielleicht gibt es später noch mehr zu blicken mal gucken ich will auf jeden fall den könig noch kriegen ich heil mich mal kurz nur kurz ich würde ja oder zumindest die quest bänden sagen wir es so vielleicht führt die noch gar nicht zum könig weil ich soll ja auch noch zu sni boss also ein von beiden auf jeden fall so hier die maron beere kann weg alle verschieben der sand ja kann auch erstmal weg alle verschieben das ding weg der pilz weg der sternstaub weg die köder will ich mal behalten erstmal ja ach den den sonderbombung hätte ich auch noch weg packen können egal egal so dünne luft steile erklimme gemeinsam mit hin den berg ich nehme an ich komme doch irgendwann hier oben raus keine ahnung finden wir es raus aber die zwei bronzen sind hier geblieben cool ok ich muss kraxler lernen das ist die einzige erklärung warum hier am berghang plötzlich sachen hängen wahrscheinlich lerne ich das mit sni boss wenn ich raten müsste solch steile klippen sind für menschen kaum zu bewältigen doch mit hilfe von sni boss ist es möglich hohe klippen mit leichtigkeit zu erklimmen es ähnelt ein wenig der vm attacke kraxler woher weißt du was ach ja du bist ja aus der zukunft das macht tatsache sinn weil aus der zeit hier durfte der begriff vm niemandem was sagen vm attacke was rede ich denn da so etwas gibt es in huizui noch gar nicht ja da hatte ich kurz das gefühl mich wieder an etwas erinnern zu können wer war ich bloß bevor ich in hisui auftauchte und du du kamst vom himmel herab gefallen das heißt es ist nicht unwahrscheinlich dass du aus einer anderen welt stammst vielleicht erinnere ich mich ja an etwas wenn ich mit dir ein pokémon kampf austrage boah ich würdest du mir den gefallen tun und gegen mich kämpfen klar also dann maschok volle fahrt voraus shit oh er hat sogar ein pokéball ist der einzige welcher mit dem pokéball wenn ich mich grad nicht irre so ich glaub quicksilver will ich nicht drauf ähm drin lassen nehm ich deswegen äh bist du psycho du bist psycho perfekt klar könnte ich auch knacksel aber nein knacksel ist zu schwach aber gandalf gandalf sollte es schaffen nicht nicht Oh, ich sehe ja gerade, er hat sogar drei Pokémon. Ein Tangela-Ela-Ela-E-E-E-E. Ähm, dann würde ich mal sagen, tauschen wir auch ihn mal wieder aus. Und zwar gegen Azula. Und Azula wird es niederbrennen. Ähm. Ja, wir gehen mal, kein Ries... Obwohl, come on. Wir versuchen es mit einfachen Flammung. Es hagelt auf jeden Fall nicht. Es ist wirklich nur Schneefall, weil Hagel wurde ja Schaden verursachen. Skorgro. Azula, nein! Okay, ähm... Pokémon. Das ist ein Fall für Barschuft. Oh, das mit der Rauchfolge habe ich übrigens noch nicht verstanden. Warum die Pokémon random irgendwie Rauchfolge können. Ah, shit. Ähm, Items. Okay. Welche Attacke. Weil, auch meine Pokémon haben ja manchmal diese Rauchwolke um sich. Und ich weiß nicht, warum. Barschuft ist leider tot. Aber wenigstens hat es den eigenen Rückstoß überlebt. Ich glaube nämlich nur, das ist wichtig für die Entwicklung. Ich bin mir halt nicht... Ach, scheiße. Lucifer hätte ich ja auch. Aber ich wollte Barschuft einsetzen für die... für die Entwicklung. Von Barschuft der... Äh, Quatsch. Lucifer wäre ja sowieso die bessere Wahl gewesen. Äh, Barschuft hat mir übrigens so einen Namen, fällt mir gerade ein. Ähm, Items. Und damit es leveln kann, kriegt es hier mal kurz einen Belieber. Oh, stimmt. Boden ist effektiv gegen Gift. Das habe ich schon wieder vergessen. Ah, shit. Äh, äh... Können wir es austanken? Aber ich würde gerne nochmal... Ich meine, dafür habe ich die blöden Tränke gemacht. Plötzlich habe ich sie gemacht zum Upgraden, aber ich habe gerade nichts zum Upgraden. Okay, wenigstens ist es jetzt wieder zu sehen. Das heißt, jetzt kann ich richtig angreifen. Nehmen wir hier nochmal einen Hypertrank. Das ist halt einfach... Das war zu erwarten, aber egal. Bravo, das hast du gut gemacht. Attacke gemeistert, sehr schön. Und eine neue Attacke für... für Knack... für Knackseln. Deine Beispielosenfähigkeiten haben dir eindrucksvoll den Weg zur Haltestelle Sieg gegebenet. Lass uns nun Snee-Boss herbeirufen. Wie Snee-Boss ausbildet, wurde mir übrigens halt schon gespoilert. Oh mein Gott! Aber ich habe auf dem Bild nicht gesehen, dass es so lange Gliedmaß hat. Oh mein Gott, warum? Oh Gott, sieht das schlimm aus. Aber ich will es haben. Ich würde sagen, Eisgift. Oh Gott. Es hat... Irgendwie... Irgendwie finde ich das gerade gruselig. Irgendwas stört mich an Snee-Boss. Boah, das hier ist Snee-Boss. Würdest du Snee-Boss deine Melodie vorspielen? Diese langen Gliedmaßen, diese unnötig langen... Oh Gott. Ich nehme an, wirklich Eisgift. Ich habe keine Ahnung. Guck mal. Ich habe halt nur den Kopf gesehen mit dieser Tolle. Die Gifttafel. Ja, das bestätigt es mir. Eisgift. Ich will Snee-Boss haben. Meine Aufgabe ist hiermit beendet. Klettere nun mit Snee-Boss die Klippen hinauf und beruhige den König der Berge. Kehre nach Jubeldorf zurück. Richte Wächter zu Bucky bitte meinen Dank für die zahlreichen Prüfungen aus, mit denen er uns beehrt hat. Volle Fahrt voraus. Du kannst Snee-Boss... Ja. Oh mein Gott, er transportiert unter deinem Korb. Per Snee-Boss Transport kannst du Klippen hinauf- und hinabklettern. Durch Drücken des Plutzknopfs lässt sich Snee-Boss überall herbeirufen. Stehst du bereits neben einer Klippe, kannst du durch dafür auch den A-Knopf drücken. Oh Gott. Aber jetzt... Oh... Oh... Und ich habe gedacht, an diese Stellen komme ich halt nur mit... nur mit dem... mit dem Adler zum Schluss. Aber jetzt... Oh... Jetzt öffnet sich für mich eine ganz neue Welt. Oh, New World. Wie sehen diese Absteigen aus? Okay. Hängt sich einfach nur dran. War hier nicht noch was? Volltreffling. Nein. Immer noch nicht. Oh, ich liebe das Kraxeln gerade. Oh mein Gott. Ich wünsche dir hier den Foto-Modus. Oh mein Gott. Diese Augen. Diese leeren, toten Augen. Ähm. Ja, shit. Okay, du willst Stress. Du kriegst Stress. Oh, shit. Quicksilber ist ja noch fast tot. Äh. Dann heilen wir nicht mal kurz Quicksilber. Ich hätte es leider wirklich schon vergessen. Er hätte mich ruhig... Er hätte mich ruhig heilen können. Er hätte mich ruhig heilen können. Äh. Kampf. Womit töte ich dich nicht? Ah, ich glaube, ein Drachenpolz solltest du aushalten, oder? Ja. How? Okay, ich versuche es jetzt einfach auf gut Glück. Schwein gehabt. Äh. Ich verballe halt echt zu viele, ähm. Halt, Moment. Ich verballe hier gar nichts. Dafür habe ich doch das Basiscamp gebaut. Oh mein Gott. Habe ich gerade richtig gesehen, wo ich hin muss? Interessant. Hier muss ich hin. Au. Und hier? Steinpfort. Und hier ist wahrscheinlich dann der Endboss. Das ist... Natürlich. Hier ist... Hier ist die, äh... Die, die, die Spitze vom Kraterberg. Hier wartet Sinnoh auf uns wahrscheinlich. Aber ich habe ja angekündigt, es gibt Pokémon nur noch am Pokémon-Tag im Stream. Gerade diese Woche. Ich will diese Woche wieder ein bisschen weniger streamen. Oh Gott, das sieht so weird aus. Oh Gott, das sieht so weird aus. Diese Augen... Oh Gott, das ist ein kleines Schell. Okay. Oh Gott, das sieht so weird aus. Oh Gott, das ist so weird aus. Ich habe jetzt so viel zu machen. Oh Gott, das ist so weird aus. Abgrasen würde, was ich später auch noch machen würde, was ich später auch noch machen würde. Oh mein Gott, das ist... Oh, das ist ein Alphaknacksel. Das ist tatsächlich ein Alphaknacksel. Ihr seht mir aus wie Reißfresser. Deswegen kriegt ihr den Köder, den Reißköder. Nein. Nein? 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 perfekt den ersten haben wir schon mal vorsichtig okay kriege ich dieses Alpha Knacksel Level 56 Alter das entwickelt sich gleich von selbst ja shit sorry 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 das wollte ich nicht es tut mir leid oh da oben ist auch noch ein Alpha so jetzt aber yes da oben war noch ein Alpha ich will mal gucken welcher Alpha das ist ich hab dich gehört ein Alpha Skorgro äh Skorglar nicht mal ein Skorgro gehen wir hier weiter oh mein Gott Moment ähm hier ist ein Tempel für Dialga er macht Tatsache sie taten sich ja im Spawn das hab ich heute auch äh auf Twitter gesehen aber viel eleganter ähm gemacht ich find das cool dieses nette Detail jetzt dritte mir auch noch den Rücken zu Gerock will ich glaube ich nicht fangen ist das nass genäht ist ich das richtig ah shit so ich finde dieses Detail jetzt ganz cool ach so ich wollte gerade sagen es ist nicht gerade ausgebrochen aber nein schon mal nicht du kannst vorsichtig an dieses nass Gneetrand streichen ach dumm warum sind diese Gesteinspokémon hier alle so passiv und ich sollte mal wieder auf die Hüferwelle wechseln nur für alle und der ist Palker okay es ist für beide gebaut dieser Schrein Moment jetzt was das ist die falsche Richtung ähm ist das ne Kiste das ist ne Kiste ich will mir die habe ich hier irgendwas oh ich kann es schon wieder mitnehmen Pokéball oh ne auch cool okay will ich auch gar nicht mitnehmen die Statue stellt ein erhabenes Pokémon dar das vermutlich vor langer Zeit verehrt wurde ja welches könnte das nur sein diese Statue stellt ein erhabenes Pokémon dar das vermutlich vor langer Zeit verehrt wurde Leitmogelbaum ich wollte jetzt nur diese Kugel haben okay du willst Stress fein ist doch fast geschafft komm Drachenpult hältst du aus oder einsetzen Überball oh mir fällt gerade auf dieses Haar ist ja richtig schön graviert uh äh färziert meine ich natürlich graviert nein ich bin hier gerade noch das Gnet da ist ein Nacket das Gnet was ich mir fangen will sehr schön oh mein Gott schöner haben wir ja schon mal Luxtra das ist nicht mein Plan ich bin nur auf der Durchreise ich hab da sind sie die wollte yes die wollte ich haben ich reite mal weiter ich bin verlockt da lang zu gehen aber nein das ist schon wieder Skunk Tank oh ich kann hier nicht speichern ich kann hier nicht speichern doch okay dann lag es daran dass ich in der Animation war okay bringen wir das hier zu Ende willkommen in der Hoheitsstätte von Lektobal dem Mondgruß Kampffeld ich mag dir zwar ein wenig Hindernis in den Weg gelegt haben doch ein Teil von mir wollte auch dass du es bis hierher schaffst vielleicht vielleicht sind es ja die eigenen Widersprüche an den Menschen an denen der Mensch wächst ich zu Waki wurde in den Diamantklan geboren daher sehe ich es als meine Pflicht an dem ehrwürdigen Sinn um Freude zu bereiten ich will meinen König schützen wenn du glaubst ich meine mich besiegen zu können darfst du gern dein Glück versuchen ich hab dich schon mal besiegt dude auf mein Skunk Tank dein Gestank soll ihn das fürchten lernen beim Lektobal sieht auf dem gemalten Bild schon nicht so happy aus go Quicks oh Quicksil hat gar keine Stahlattacke oder oh nein er hat zwar also schummeln der 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 schummelt hab ich einen Stahlattacke ich hab keinen Stahlattacke ok ähm keine Gnade ich muss muss er hat drei er schummelt der der schummelt ich hätte einen der anderen killen sollen egal Quicksil gut gekämpft gut gekämpft äh wir schicken ihn raus weil ich kann jetzt so Knackseln nicht rausschicken weil Knackseln stirbt sofort ähm obwohl gegen die anderen wir gucken es mal weil ich würde Quicksil gerne wieder heilen weil Knacksel come on wir haben jetzt ein Alpha Pokémon was klarkommt ähm dementsprechend hab ich nicht mehr so viel Bedarf für Quicksil war gerade äh für dieses Knacksel aber guckt euch mal mir ist noch nicht aufgefallen dass der Körper so so ähm so zylindrisch ist ok wir dürfen eingreifen sehr schön und dann sag ich mal Dampfwalze ich muss jetzt mal das Skunk Tank beseitigen die anderen werden kein Problem sehr schön ich bin stolz auf dich es war vermutlich dein letzter Kampf aber ich bin stolz auf dich obwohl war nicht dein letzter Kampf ich brauch dich noch für für Elektroball ähm Psycho war effektiv gegen Gift ne oder war Gift effektiv gegen Psycho wie waren das denn mal ich glaub Psycho war effektiv gegen Gift ver Ähm, einmal Sonder-Sensor. Warum eigentlich nicht? Warum machen dürftest du jetzt zweimal angreifen? Soll mir egal sein. Und wehe, Tsubaki, du heilst ihn nicht. Hm, nein. Ich habe nicht verloren. Du hast lediglich gewonnen. Ja, was heißt es verloren hast? Da gibt es einen Unterschied, hörst du? Ich, äh, ich hatte nicht genug Zeit. Etwas mehr Zeit hätte, hätte ich meine Pokémon stärker machen können. Äh, Diam sagt immer, dass Zeit ein wertvolles Gut ist. Ist es das, was er damit meint? Der Diamant-Clan und das ehrwürdige Sinnoh sind ein endloser Quell an Weisheit. Lass mich raten. Jetzt willst du die Lieblingsspeise des Königs wissen, um Ruhegaben herzustellen. Habe ich recht? Allerdings kann ich dir da nicht weiterhelfen. Denn ich habe Elektro-Bast-Lieblingsspeise vollkommen vergessen. Wow. Bist du hier jetzt etwa wütend? Das wird dir auch, aber auch nicht weiterhelfen. Zuba- Zubaki scheint es dir ganz schön schwer zu machen bei euch. Kann Zubaki dich leiden, wenn du das damit meinst? Ich habe gar nichts vergessen, dir zu sagen, was Elektro-Ball gerne isst. Tut mir leid. Diam! Was ist? Ich habe genau hingehört. Warum willst du jemandem wie Borch bloß Elektro-Balls Lieblingsspeise verraten? Du bist der Anführer des Diamant-Clan. Die Galaktik-Expedition kann dir doch egal sein. Zubaki, du hast doch den König in Rage gesehen, oder? Er kann seine Kräfte nicht unterdrücken und leidet sichtlich darunter. Hattest du bei diesem Anblick gar kein Mitleid? Unfug! Er wurde vom ehrwürdigen Sinnoh auserwählt und saß er sich vor Freude. Jeder wird vor Prüfungen gestellt, die auch Leid mit sich bringen. Daran wachsen wir. Die Rage des Königs soll eine Prüfung des ehrwürdigen Sinnohs sein? Das sehe ich anders. Deswegen unterstütze ich Borch. Es ist ohne Belang, ob er dem Diamant-Clan oder der Galaktik-Expedition angehört. Außerdem wollte ich ihm nicht nur verraten, was die Lieblingsspeise von Elektroball ist. Ich wollte ihm auch gleich ein paar Brocken Knirschen Mineral geben. Cool! Und jetzt hilft Borch dabei, die Ruhegaben herzustellen, Zubaki. Ja, ja, schon kapiert. Ich bin und bleibe schließlich ein Wächter. Ich werde die Ruhegaben herstellen. Hier hast du deine Ruhegaben. Es sind genug davon da, dass... Du musst Elektroball nur damit treffen. Allerdings bezweifle ich stark, dass jemand wie du es tatsächlich besänftigen kann. Elektroball verfügt über eine ungeheure Stärke. Cool. Ähm... Ich meine, ich werde geilt für den Kampf. Bist du wirklich so töricht sein und Elektroball herausfordern? Ja. Du hast Mumm. Das muss man dir lassen. Aber sei gewarnt. An einem Duell gegen Elektroball innezuhalten, käme einem Todesurteil gleich. Oh, er sitzt auf einem Baum. Ah, Cherry Bomb natürlich. Oh nein. Sprengfallen. Oh mein Gott, das ist riesig. Was ist das? 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 Okay, scheinbar kann ich gar nicht gegen die Kämpfe. Oh, diese Kugel nervt. Cool game. Lauf! Okay. 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 其實, Okay. 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 Alter, nein! Nicht sterben, nicht sterben. Aber das ist mit Abstand bis jetzt der schwerste Bosskampf. Weg, weg, weg. Ich heil mich ja scheinbar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht gerade. Weg. Ah, oh. Shit. Mir fällt gerade ein Barcani, bin ich auch einmal gestorben. Der wird schwarz vor Augen. Der Kampf gegen Elektro... Ja, ja, ich weiß. Ach so, ich kann es doch gegen... gegen es kämpfen. Möchtest du da noch verdurte? Ja. Leist übernehmen. Ich war ja fast fertig. Da habe ich mich scheinbar immer timingmäßig... ähm... zu doof angestellt. Für den Pokémon-Kampf. Okay, okay. Okay, und der... der Zurücksatzpunkt ist also quasi immer bei so einem Viertel. Oh, da war ich zu Koppi. Ich glaube, das ist Voltoball zum Angreifen. Einen Satz finde ich faszinierend gerade. Ich sollte es wahrscheinlich nicht faszinierend finden, aber... Ich fühle mich fast zu mir. Okay. Natürlich. Ja, das war's für den Knacksel. Tut mir leid, Knacksel. Welches Level hast du überhaupt? Ähm... Wir schicken auf jeden Fall... Schicken wir das Hula gleich raus. Weil es müsste Elektro-Pflanzen sein, so wie Voltoball. 46 nur. Interessant. Ähm... Kraft-Flammwurm. Bam. Yes. Okay, ich hätte es mir viel einfacher machen können, wenn ich mich zu doof angestellt hätte. Die ganze Geschichte von Voltoball und Elektro-Ball muss umgeschrieben werden. Glaub ich. Okay, es guckt immer grimmig. Ja, jetzt die Blitztafel von Elektro-Ball. Vor allem schön, wie sie immer von einem bestimmten Pokémon sprechen. Jetzt wäre nicht klar, wer dieses bestimmte Pokémon ist. Was in aller Welt... Ich habe euch dabei geholfen, den Ruhegaben von Elektro-Ball herzustellen. Aber jetzt... Jetzt ist es von Trauer erfüllt, da der Segen des ehrwilligen Sinn nur dahinten ist. Ach ja. Für mich sieht es eher erleichtert aus, weil es von dem großen Leid erlöst wurde. Komm schon, Diham. Das denkst du doch nur, weil du ihn nicht anders sehnen willst. Deine Standpauken sind mir egal, aber... Was, wenn mir der Zorn des ehrwilligen Sinn nur trifft? Ankunft pünktlich nach Zeitplan. Was machst du denn hier? Ich will etwas berichten. Nach der gemeinsamen Reise mit euch sind mir gewisse Dinge wieder eingefallen. Und zwar Dinge über die Welt, in der ich mich befand, bevor ich mein Gedächtnis verlor. Die meisten Menschen dort fingen Pokémon und lebten Seite an Seite mit ihnen. Die Menschen und Pokémon verstanden sich gut miteinander und unterstützten sich gegenseitig. Und unter den Menschen gab es solche, die sich selbst Pokémon-Trainer nannten. Sie arbeiteten hart an sich und ihren Pokémon und maßen sich in zahlreichen Pokémon-Kämpfen miteinander, um immer stärker zu werden. Durch die Kämpfe gegen andere Trainer und deren Pokémon lernten sie, sowohl ihre Pokémon als auch ihre Gegner besser zu verstehen. Nur Seite an Seite können Menschen und Pokémon neue Wege beschreiten. Kein neues Zeitalter wird hereinbrechen, solange wir die Pokémon fürchten und glauben, nur sie könnten stark sein. Verstehe. War es an deiner ursprünglichen Welt auch so, Borch? Ja. So ist das Leben also in anderen Welten. Ja, eher in anderen Zeiten. Wobei, es könnte beides sein. Aber natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Damit wir den Pokémon helfen können, stärker zu werden, müssen wir zuerst an uns arbeiten. Nur wenn ich mein eigenes Potenzial entfaltet habe, kann es auch mein Pokémon tun. Ob es das ehrwürdige Sinnoh erfreuen wird, dass ich zu dieser Erkenntnis gelangen bin? Alter, zieh mal einfach mal den Kopf aus dem Arsch. Du kannst doch nicht so... Du bist doch nicht das Zentrum der Welt. Diam, erzähl mir doch einmal von den Lehren des ehrwürdigen Sinnoh, die im Diamant-Klan überliefert werden. Schon gut, schon gut. Dann spitz mal die Ohren. Lass nicht die Trauer dich bezwingen. Lass deinem Zorn nicht freien Lauf. Sei zur Freundschaft stets bereit. Lass nicht die Trauer dich bezwingen. Lass deinem Zorn nicht freien Lauf. Denn wenn das ehrwürdige Sinnoh trauert, dann steht still der Fluss der Zeit. Bravo, bravo! Ich hoffe, dass ihr alle nun mit noch größerer Geschwindigkeit eurem nächsten Halt entgegensausen könnt. Und für dich, Borch, ist der nächste Halt natürlich der nächste König. So, diesmal sollte ich meine Rückkehr nach Jubeldorf ohne Zwischenstopp antreten können. Vielleicht kann mir jemand wie du den Menschen von Hisuia zeigen, dass man sich vor den Pokémon nicht fürchten muss. Jedenfalls werde ich nun Expeditionsleiter Denbukow-Bericht erstatten. Ich empfehle mich. Unsere Geschichte in Ehren halten und nach einer besseren Zukunft streben. Vielleicht ist es genau das, was das ehrwürdige Sinnoh als Schöpfer des Universums und Gebieter über die Zeit von uns verlangt. Ich jedenfalls werde an mir arbeiten, damit ich Elektroball zu neuen Höhlen verhelfen kann. Berichte den Expeditionsleiter. Machen wir doch. Dann woppen wir mal. Oh Gott. So viel wieder aufgeräumt. Aber hier ist doch so viel offen, weil ich durch die Höhle gegangen bin. Oh Gott. Das will ich alles off-screen mal aufblättern, würde ich behaupten. Und bevor wir das beenden, will ich noch was testen. Erstmal heilen wir. Äh, nur kurz. Und wir tauschen das Knacksel aus. Weil ich habe da so einen Verdacht. Jaja, Gemischwaren, blabliblub. Ähm. Wo ist das Knacksel? Da ist das Boss-Knacksel. Weil ich meine, das müsste sich sofort entwickeln können. Ja, es kann sich sofort entwickeln. So, aber er wollte mir doch... Ah shit, er hat mir nur ein Knirschen-Mineral. Ich brauche mehr davon. Egal. Ähm. Entwickeln wir das doch schneller. Leider keine Hisui-Form. Das wäre eigentlich cool gewesen für dieses Pokémon. Aber ich meine, wahrscheinlich kann nur ein Drachen-Pokémon eine Hisui-Form kriegen. Und sie haben sich für die Schnecke entschieden. Ähm, ja. Dann gehen wir mal zurück. Obwohl, erstmal will ich hier scheiß abladen. Ähm, die Boden abladen. Alle verschieben. Alle verschieben. Den Sand auch. Alle verschieben. Zack. Alle verschieben. Alle verschieben. Knallkugel. Alle verschieben. So. Sollte erstmal reichen. Zack. Äh. Wenden wir erstmal die Quest. Und dann will ich was testen. Wie ich sehe, hast du 25 Pokémon gefangen. Bitte erstatte mir Bericht darüber. Kitschein. Kriegen. Sollte ich es schon hingekriegt haben, einen Levelaufstieg zu machen? Du scheinst mit deiner Forschung ja gut voranzukommen. Lass mich mal sehen. Hm, faszinierend. Ich werde den Pokédex mit diesen Informationen aktualisieren. Äh. Knapp nicht. Ganz knapp nicht. Das, das, das mache ich noch. Impressive. Du hast also tatsächlich Elektroball den König der Höhle besänftigt. Gehre ins Dorf zurück und erstatte den Boku-Bericht. Wie kriege ich jetzt noch den... Die letzten 80 zusammen. Ich will mal kurz gucken, ob ich, ob ich Elektroball schon entwickeln kann. Weil ich weiß gerade nicht, ob sich Elektroball durch einen Stein entwickelt oder nicht. Äh. Nehmen wir, nehmen wir das Level 40 Elektroball. Äh, Voltoball. Pardon. Ne. Ah, Moment, ich habe ja... Geht das mit dem Elektrostein? Ich weiß es wirklich gerade nicht. Und vielleicht entwickelt sich dieses Elektroball ja auch ganz anders. Ich will es jetzt auch nicht nachgucken. Habe ich einen Donner... Da habe ich einen Donnerstein. Nein. Ein, zwei. Ne. Gut. Ähm, keine Ahnung, wie das geht. Andere Verschiebungen. Wir geben mal Bericht und dann will ich mal kurz ans Küstenland. Ob sich da automatisch eine Quest öffnet oder nicht. Das ärgert mich gerade, dass mir ein... Dass mir quasi ein Pokémon-Flank vielleicht noch gefehlt hat. Oder so. Keine Ahnung. Ah, sie ist schon wieder verloren gegangen. Du tauchst irgendwie immer auf, wenn ich Hilfe brauche. Beeindruckend. Du kannst es dir sicher schon denken. Mina ist wieder mal verschwunden. Bitte such sie für mich. Sie sollte im Kraterberg hochlang ihrer Arbeit nachgehen. Ist aber nie wieder zurückgekehrt. Du und Ursa Luna, ihr werdet meine Schwester im Nu wiederfinden. Da bin ich mir sicher. Hier, mit ihrem Lieblingstaschentuch, solltet ihr Minas Spur verfolgen können. Guck. Mina steckt irgendwo im Kraterberg hochland. Du musst sie unbedingt finden. Ist schon wieder eine Quest? Ist schon wieder eine Quest. Sind E-Missionen verfügbar. Ein Nassknit für Orientierungslose. Vor allem gibt es ein altes Sprichwort, das im Zusammenhang mit Nassknit steht. Sprühen wir jetzt so Reihen vom Produktionstrupp und erfahren, worum es geht. Das wird eine ganz normale Pokédex-Vervollständigungs-Quest sein. Ich finde es immer noch so cool, dass die ihre eigenen kleinen Reservware haben. Ich hoffe, man kriegt sie irgendwie noch. Sonst kriegt die Pokédex nicht voll. Wir erstatten einen Bericht. Boss. So, so. Wächter Tsubaki fragt sich also, ob die Rage der Könige und Königin eine Art Prüfung des ehrwürdigen Sinnohs sein könnte. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber wenn es so sein sollte, dann, äh, was genau würde ihr ehrwürdiges Sinnoh dann damit bezwecken, die Könige und Königin in Rage zu versetzen? Ist es wütend? Wenn ja, weshalb? Möchte es Menschen und Pokémon auseinander treiben? Ach, wir Menschen können einfach nicht wissen, was in Pokémon vorgeht. Und was ist der Riss im Raum-Zeitgefühl überhaupt? Warum hat er sich geöffnet? Hm, aber du musst erschöpft sein. Ich würde vorschlagen, dass du in der heißen Kost erstmal etwas Kraft tankst. Ich habe Mubeschi schon angewiesen, dass er die feinsten Kartoffelmoji zubereiten soll, die seine Küche hergibt. Vielen Dank, Chef! Ich muss natürlich noch die nächste Quest anfangen. Für alles, äh, mögliche. Gott, das artet immer aus. Pokémon artet aus, aber ich glaube, das liegt an diesem Open-World-Format. Egal. Ich glaube, so viel ist nicht mehr übrig. Heute gibt es... Heute geht das Essen auf den Expeditionsleiter Denbukow. Was für ein wunderbarer Duft. Er lockt das Wasser im Mund zusammen. Dabei erzählt der Boss sonst immer, dass er sparsam sein will, solange sich unsere Existenz hier noch nicht gefestigt hat. Ich habe gehört, dass er dank unserer Erforschung der Pokémon nun leichter ist, diverse Materialien zu sammeln. Aber wer hätte gedacht, dass einmal jemand einfach so aus dem Riss im Raum Zeitgefühl gefallen und dann allen in Hisui helfen würde? Durch all die gefährlichen Missionen, die du erfüllen konntest, hast du dir das Vertrauen der Bewohner von Hisui verdient bei euch. Ja, ist es so schön. Unser Betragen ist ein Spiegel unserer selbst. Du lässt deinen Taten für dich sprechen. Deswegen spielt deine Herkunft auch keine Rolle. Jetzt bist du ein Mitglied des Forschungstrupps und ein wahrscheinlich der Jubeldörfler. Am nächsten Tag. Es ist gut, früh aufzustehen. Wirklich. Es ändert ja nichts an dem, was man den Tag über tun kann. Eigentlich schon. Warum umso früher man aufsteht? Also man hat ja je nachdem, wie man aufsteht, hat man tatsächlich mehr Möglichkeiten vom Tag. Oder von der Nacht, je nachdem, wie man es haben möchte. Aber es ändert schon was. Definitiv. Doch, denn Morgenstund hat Gold im Mund. Ach so, sie hat es gesagt. Ups, Entschuldigung. Beispielsweise konnte ich so der Einladung vom Expeditionsleiter Denbukow möglichst früh Folge leisten. Na und? Ich bin genauso früh da wie du. Und ich musste sogar noch früher aufstehen als du, weil ich den ganzen weiten Weg hierher gelaufen bin. Deswegen musst du noch lange nicht so einen Aufstand machen. Du kommst doch auch, oder? Du weißt ja vermutlich schon, worum es geht. Bis zum Hauptsitz ist es eh nicht mehr weit. Ja, deswegen wir gehen noch mit und dann... Oder? Hiebe ich mir das auf. Ne, wenn ich bedenke, wie lange das jetzt schon gedauert hat. Ach so, ich habe gar keine Wahl. Du hast nun vier Könige und Königen besänftigt. Viel gibt es noch? Wahrscheinlich einen? Als ich davon hörte, dass in Hisui allerorts Könige und Königinnen in Rage verfielen, habe ich mir das ernste Sorge um die Zukunft aller gemacht. Wer hätte jemals geahnt, dass jemand wie du aus dem Himmel stürzen und sich so für uns ins Zeug legen würde, dann lernt eben doch nie aus. Nun, es gibt noch einen letzten König, der sich im weißen Frostland befindet. Arctilas. Arctilas? Ist das die... Ist das der Vogel? Ich habe nicht vergessen, wie der Vogel heißt. Und... Also, halt unser Flug-Pokémon. Könnt ihr das hier noch? Der Name sagt mir nämlich gerade wirklich überhaupt nichts. Laut Perla. Und soll er der Mächtigste unter den Königinnen und Königinnen sein. Hier also deine nächste Mission. Kümmere dich um den letzten König. Besänftige Arctilas. Vielleicht zeigt sich dann ja auch beim Riss im Raum zeitgefüge irgendeine Veränderung. Der Perl-Clan und der Diamant-Clan und die Galaktik-Expedition werden sich der Sache gemeinsam annehmen und für eine strahlende Zukunft sorgen. Ich gehe schon mal vor. Wir sehen uns dann im weißen Frostland. Zieh dich besser warm an. Ja, das werden wir beim nächsten Mal machen. Ich will aber trotzdem noch sicher gehen, dass ich in Ruhe alles machen kann, was ich vorhabe. Egal, wie viele Pokémon du besänftigst. Es gibt immer noch einige Leute, die dich als Fremden betrachten und dir deshalb misstrauen. Wenn du ihr Vertrauen gewinnen willst, musst du weiterhin deine Zugend tatkräftig unter Beweis stellen. Was denn du? Das ist die unbarmherzigste Gegend, hier so hieß. Du bist der Einzige, dem ich die Verforschung des Weizen-Frostlands anvertrauen kann. Das ist keine Übertreibung. Du weißt, was du zu tun hast. Erfülle deine Mission. Ja, ähm, wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal kurz so weit wie möglich voran. Und mit so weit wie möglich vorangehen. Oh, wir müssen noch eine Zeit kriegen. Oh, stimmt, es gibt auf dem Kraterberger Traumfugel. Findest du nicht auch, dass dieselbe Kleidung durch unterschiedliche Farben eine völlig andere Wirkung erzielen kann? Du hast recht. Nicht wahr? Es war doch viel mehr Spaß, sich in seinem Lieblingsfarben rauszuputzen. Ich würde meine Kleidung gerne in ein paar anderen Farben anbieten. Aber momentan komme ich einfach nicht an die Materialien. Könntest du mir vielleicht ein Purpur-Stück, ein Indigo-Stück oder ein Grün-Stück besorgen? Okay, zwei davon habe ich. Ich glaube, ich habe Purpur und Grün. Indigo fehlt mir, glaube ich, noch. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will mal kurz gucken. Ich habe hier übrigens das Upgrade. Ich habe das Grün-Stück. Ich habe das Purpur-Stück. Ja, mir fehlt noch das Indigo-Stück. Dann wollen wir mal in Richtung Weißes Frostland aufbrechen, was? Jetzt schon? Ich weiß natürlich, dass es durch die Rage der Könige und Königin verletzte gab und wir sie deswegen beruhigen mussten. Das Arctilus im Weißen Frostland hat jedoch niemand etwas zu leide getan, you know? Ich frage mich also, ob wir da wirklich eingreifen müssen. Bei seiner gewaltigen Größe könnte es nur zu leicht ein Schneelawine auslösen. Ein solches Unglück ist auch ohne das Zutun eines Pokémon nie auszuschließen. Ich weiß einfach nicht so recht, ob das der richtige Zeitpunkt für eine Intervention ist. Es ist ja nichts passiert. Und dafür schicken wir Borg auf eine so gefährliche Mission? Wir sollten nicht vergessen, dass Königinnen und Könige wohl selbst unter ihrer Rage leiden. Es wäre also auch für sie das Beste, sie zu beruhigen. Wir wissen leider herzlich wenig über die Könige und Königinnen. Wir wissen weder, warum sie in Rage verfallen und ob sie tatsächlich darunter leiden und noch, ob wirklich ein Zusammenhang mit dem Riss im Raum Zeitgefüge besteht. Ich frage mich, welchen Zweck das Besänftigen der Königinnen und Könige oder die Erforschung der Pokémon für Expeditionsleiter Dinbukur hat. Was erhofft er sich denn von alledem? Ähm, friedliches Miteinander. Ich hoffe, du hast recht. Ich für meinen Teil stecke mein Herzblut in die Pokémon-Forschung, um uns allen in Zukunft ein friedliches Leben Seite an Seite zu ermöglichen. Professor Levin! Oh, sorry. Ich wollte dich nicht von deiner Mission abblinken, Borg. Nein, ganz im Gegenteil. Du hast unsere vollste Unterstützung. Wie wäre es, wenn du gegen mich dein Kampfgeschick auf die Probe stellst? Ähm, ich gewinne eh wieder. Weißt du, ich bin dir wirklich dankbar. Wärst du nicht hier erschienen, hätte ich es im Forschungstruppel Pikachu an meiner Seite nie so weit gebracht. Und deswegen mache ich halt immer mehr als nötig, ähm, weil, weil die blockieren meinen Auskrank immer. Weißt du, was ich mir ein bisschen anstrengend finde. Fairerweise. Oh mein Gott, sie hat auch noch ein Pantimos. Hat Pantimos etwa auch wieder eine Hisu-Reform? Beziehungsweise eine Weiterentwicklung? Ähm. Lucifer. Du bist dran. Oh. Oh. Es ist ja auch eine Fee. Ähm, dann machen wir mal. Machen wir mal. Gift. Regen. Oh, das ist eine fiese Kombo. Fällt mir gerade auf. Okay, es ist tot. Äh, ja, machen wir das nochmal. So, und jetzt kommt ihr Pikachu. Okay, Lucifer. Warum? Was? Es darf dreimal angreifen? Okay. Das war neu. Aber gut zu wissen. Aber das meine ich so. Gut zu wissen. Ähm. Habe ich irgendwen, der eine Bodenattacke kann? Nein. Dann schicken wir mal Vol... Moment. Ja, doch. Schicken wir mal Volteball raus. Warum eigentlich nicht? Ne, wir machen kurz einen Prozess. Ich meine, der Stream geht wieder mal länger als erwartet. Ich glaube, das ist sinnvoller. Es wirkt irgendwie ganz natürlich, wenn du mit deinen Pokémon zusammen kämpfst. So. So. Sei ja vorsichtig und übernimm dich nicht. So eine Mission im Frostland ist kein Pappenstil. Ich werde mich jedenfalls ins weiße Frostland aufmachen. Cool, Professor. Es soll maßenhaft Pokémon aufgetaucht sein. Gib gut auf dich Acht. Ähm. Ich will... ins Kobalt Küstenland. Weil da habe ich ja noch eine Sidequest, die ich natürlich nicht offline... Äh, Quatsch. Offstream machen will. Ähm. Ich will nur mal testen. Erstmal Küstenland war es. Weil ich glaube, wenn, dann ist es dort. Der sogenannte Prinz. Achso, halt. Das wollte ich machen. Ähm. Nicht vermisst im Hochland. Legende des Meeres. Es wird mir auch nirgendwo angezeigt. Das ist interessant. Aber es sollte ja hier sein. Genau. Ähm. Beziehungsweise. Äh. Ja, ja. Wird schon stimmen. Achso. Ich wollte ja gucken. Es kann sich nicht entwickeln. Entweder hat es noch nicht das richtige Level oder es hat eine andere Entwicklungssituation. Egal. Ähm. Das, was ich testen wollte, habe ich getestet. Halt, Moment. Ich will mir jetzt noch ein Pokémon fangen. Ich brauche noch ein Pokémon. Ich will das Level up noch. Dann nehmen wir nämlich das Level up noch mit. Ich will das Level up noch. Wer sieht mich? Yes. Ich habe Primorat gefangen. Will ich noch eins fangen für... Da haben wir noch Finn hier. Ne. Nehmt nicht. Vielleicht reicht das ja auch schon. Ich meine, es ist schließlich ein neues Pokémon. Ich bin ein neues Pokémon. Fein Das war's so lösen Ich will dieses Rimorait noch fangen Ich will auf Nummer sicher gehen Ich hol mir jetzt noch den Level-Aufstieg So viel Zeit muss sein Ich bin mal Kokki Und Kokki kommt weiter Fein Ich hab schon einen Ich hab aber verschwendet Ich bin nochmal Kokki Ich muss noch eins fangen Für die Mission Okay Es hat bis jetzt ganz gut geklappt Versuchen wir es nochmal Und das besiegen wir jetzt Ähm Mit Mach mal Mach mal Donnerpils Sehr schön So das reicht definitiv jetzt Für den Level-Aufstieg Das will ich noch mitnehmen Come on Gönn mir das Ich weiß ich überziehe schon wieder Maßlos Wo ist das Camp Das ist Camp Es ist mir vollkommen bewusst Aber Das ist mir jetzt wert Das nehme ich jetzt aber Ja Komm Cool Yes Welche Pokko Welche Seiten habe ich denn Neuverforschen Egal Achso Pikachu Weil ich gekämpft habe Klar macht Sinn Was für tolle Ergebnisse Dadurch wird sicher Dein Mitgliedsrang Ersteigen Ja ja Dafür bin ich ja jetzt Zurück ins Dorf Oh und ich lese mal einen Pokédex-Antrag Mein allerersten Pokédex-Antrag Glaube ich Den ich lese Tonopto Machen wir das gleich Äh Ne Falsch Ne lang Tod Ah bitte hat es mir keinen Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben Die hochzukriegen Immer noch Level 9 Äh Nehmen wir uns das auf Fürs nächste Mal Fürs nächste Mal Habe ich das hoffentlich geschafft Aber nicht jetzt Äh Jetzt will ich meinen Level aufstecken Weil Ich weiß nicht mehr Was wir jetzt kriegen Können dafür noch Vielleicht den Top-Trank noch Weil ich gerade nicht weiß Ob ich den Top-Trank schon machen kann Ansonsten wüsste ich gerade Wirklich nicht Was noch kommen könnte Lass mich deinen Pokédex sehen Ich erkenne deinen Fortschritt an Damit Hast du dir Einen neuen Mitgliedsrang erarbeitet Zack Vielleicht hast du noch Anladung wird dir sicher Ja Das ist die Variante Du musst den Pokédex weiter Nicht so lange Nicht so lange Aber egal Ich bedanke mich fürs Zusehen Und ich wünsche dir einen fantastischen Restamt Und eine geruhsame Nacht Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020